Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nr. 328. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Herr Marvin. Hey yo. Und der Herr Basti diesmal so richtig und ohne, dass wir irgendwie so ein Stunt-Double dafür brauchen, wie andere Produktionen, die sie aus diesem Internet kennen. Gude und Grüße. Ja, wir sind alle wieder da oder ihr seid alle wieder da. Ich war ja niemals so wirklich weg. Klingt jetzt gerade komisch. Und wir müssen über Eintracht-Spiele von der letzten Woche reden und was natürlich, glaube ich, bei euch beiden so am prägnantesten im Gedächtnis geblieben sein dürfte, war diese Zypern-Tour, die ihr euch beide ja gegeben habt. Basti hat ja gleich noch irgendwie Familienurlaub vorn und hinten dran gehängt. Erzählt mal, wie war es denn so? Ja, Basti, du warst ja länger da. Also es war überragend. Es ist ganz schwierig, die Worte zu fassen. Also es waren so viele geile Eindrücke. Aber ich glaube, um sich auf den Spieltag zu konzentrieren, das war einfach fast der perfekte Tag. Für Marvin war es ein bisschen stressig am Anfang, weil er kam ein bisschen später. Er stand mitten, mit seinem Rollkoffer mitten in Nicosia. Du bist morgens irgendwie mit dem Flieger von Köln, glaube ich, angereist. Genau, Donnerstag morgens bin ich los. Genau, richtig, in Köln. Das hat auch an sich alles gut geklappt. Aber wie der Basti eben gerade schon so schön erwähnt hat, ich bin dann wirklich mitten auf dieser, ja, was weiß ich, in Spanien, in Barcelona ist es die La Rambla, so die Haupteinkaufsmeile. Ja, dann bin ich da in Nicosia angekommen, die ganzen Fußballfans, die ganze Eintracht-Meute, alle da rumgestanden und ich war mit meinem Koffer da unterwegs. War ein Bild für die Götter, glaube ich. Ja, aber man muss sagen, vielen Dank an alle Leute, die da mitgeholfen haben. Wir konnten das ziemlich schnell klären, dass der Marvin seine Sachen unterstellen kann. Also da hält die Eintracht-Familie auch da zusammen. Brutal gut, muss ich echt sagen. Also Props an die Leute, die uns jetzt vielleicht hören und das in die Wege geleitet haben. Also richtig gut, total unproblematisch, schnell Taxi zu einem Kollegen gefahren, Sachen hingegeben, wieder abgeschlossen, wieder zurück mit dem Taxi und dann erst mal das erste Bärchen in die Hand und dann ging es auch schon wieder besser. Das war quasi der Startschuss, weil auch ich hatte kleine Probleme, weil meine Freundin an der Grenze nicht rüber gelassen wurde. Wir waren im türkischen Teil bei unserem Hotel und da musst du ja in Zypern, Nicosia dann nochmal über die Grenze in den griechischen Teil, wo Spiel stattgefunden hat. Und das Ding war, die Story war die, dass irgendwie die Info rumging, dass man keinerlei Taschen, auch nur ansatzweise ins Stadion nehmen darf, also auch keine Bauchtaschen. Das heißt, eine Handtasche erst recht nicht. Und wir sind aber mit den Reisepässen eingereist und haben aber gedacht, gut, dann reisen wir über diese kleine Grenze mit den Persos, weil das kannst du ja leichter in die Tasche stecken als diesen großen Reisepass, wenn wir schon keine Taschen mitnehmen dürfen. Haben wir dann gemacht. Komischerweise, ich bin auch mit meinem Personal so als problemlos durchgekommen. Ich weiß nicht, ob das an den Mitarbeitern dann lag, aber ja, vier Leute von unserer Reisegruppe, Grüße an der Stelle. Nicht. Die mussten dann, ja, wieder eine halbe Stunde mit dem Taxi zum Hotel zurück und die Pässe auftauschen. Ja, ich konnte dann auch gar nicht mehr mitfahren, weil ich nicht mehr sicher war, ob ich überhaupt wieder rauskomme, weil ich ja eigentlich auch nicht hätte reinreisen dürfen. Das heißt, ich habe mich zwei Stunden lang illegal dort aufgehalten. Habe dann aber auch meinen Reisepass geholt und dann ging auch irgendwie die Meldung rum, dass man doch Taschen mitnehmen darf und dann war alles einigermaßen entspannt. Das war ungefähr zeitgleich mit Marvin, seine Aktion. Von daher war dann irgendwann mittags, war alles in Ordnung. Da haben wir uns dann gesammelt in einem Café. Die Leute von dem Café haben sich auch echt riesig gefreut, glaube ich. Der Besitzer da kam ein paar Mal zu mir und hat gesagt, so viel Umsatz hat er die letzten Monate nicht gemacht. Die haben sich echt sehr, sehr, sehr gefreut. Die haben dann sogar auch Handys von Eintracht-Fans angeschlossen, wo dann die bekannten Lieder von uns gelaufen sind im Herzen von Europa. Das war sehr geil. Also es war echt richtig geil. Also es war, die Stimmung war echt friedlich, ruhig, ausgelassen. Du hast tausende Leute getroffen. Ja, wir waren mit Pia, Bewe, Entourage waren wir unterwegs noch mit vielen anderen, die auch bei uns im Hotel waren. Dann hat sich das immer mehr vergrößert, die Gruppe. Alle standen rum. Alter, eines mal hier rumgelaufen, andere mal da rum, gesungen, getanzt. Peter Fischer hat uns im Café auch kurz besucht. Ja, war echt geil. Also alleine der Tag vorm Spiel war schon echt entspannend. War eine coole, coole Aktion. Okay. Und dann zum Stadion mit klassischem Fanmarsch. Und wie war es dann da mit den Kontrollen? Das wäre dann, ich glaube, die waren jetzt auch nicht so unbedingt darauf vorbereitet, dass dann doch so viele da auftauchen, oder? Fanmarsch, da sagst du was. Ich wollte gerade sagen, da sprichst du was an. Das, was ich dann noch, bevor der Marvin loslegt, was ich vorweg schießen wollte. Der Marvin und ich haben uns, als wir gesehen haben, wie chaotisch diese Situation ist. Wir haben dann auch ein kleines Facebook-Live-Video gemacht. Ja. Haben wir gesagt, okay, wir vereinbaren jetzt Folgendes, weil es echt unübersichtlich war. Du hast dich dann auch verloren da, weil es echt einen Riesenchaos gab. Haben wir gesagt, Marvin, ich und meine Freundin, wir drei bleiben zusammen und schauen mal, wie wir das regeln können. Ja, das war dann auch ziemlich kurios alles. Ja. Ja, also das ist ein bisschen schwierig gewesen. Ja, also wir hatten irgendwie die Idee, beziehungsweise hatten wir auch eigentlich im Kopf, dass wir ganz normal wie die anderen Leute auch mit den Bussen dahin fahren. Jetzt haben wir uns bei diesem zentralen Platz dann eingefunden und haben die ersten fahren lassen, weil da standen so Namen drauf. Erstmal sind wir aus Versehen in den falschen Bus eingestiegen. Ja, es hat sich relativ schnell herausgestellt, dass wir da doch wieder aussteigen sollten. Der Ton war noch einigermaßen moderat, da hat mich sehr drüber gefreut. Dann sind wir wieder raus, haben mit irgendwelchen, ja, Zyprioten in irgendeiner komischen Sprache gesprochen, dass wir da jetzt irgendwie, wo wir jetzt einsteigen können. Dann wurde uns versichert, wir sollen warten, der nächste Bus kommt bestimmt. Und, naja, sind immer mehr, ja, Busreisende davon transportiert worden, aber wir, die letzten Mullikaner, haben immer noch gewartet. Das hat jetzt nicht eine ganze Weile hingezogen. Zwischenzeitlich war uns langweilig. Wir haben dieses Facebook-Live-Video gemacht, was aus irgendwelchen Gründen ziemlich gut gezogen hat, muss ich sagen. Ja, wahrscheinlich hängt das auch damit, dass wir nicht mehr ganz nüchtern waren. Ja, und dann kamen nochmal ein paar Busser und auch selbst da sind wir nicht mitgekommen. Und dann kam irgendwann gar kein Bus mehr und dann haben wir uns dann überlegt, naja, gut, fahren wir halt mit dem Taxi. Das war im Endeffekt eine gute Entscheidung, weil es circa zehn Kilometer waren und aus dem zwischenzeitlichen Plan vielleicht zu laufen, ist dementsprechend glücklicherweise nichts geworden. Also, Taxi ist auch, glaube ich, zu viel gesagt. Da muss ich nochmal eine Story einhacken. Das war, ich musste zwischenzeitlich auf den Platz auf Toilette, da gab es aber nicht viele Möglichkeiten und Polizei, da wollte ich auch nicht irgendwann in die Wand pissen. Dann sind wir in so ein kleines Café reingegangen, wo, wo, da war alles komplett leer. Da waren nur zwei Herren. Der eine stand an seiner Baklavattheke, der andere stand hinter der Bar. Den habe ich dann gefragt, dann sagt er, die waren so freundlich, also auf jeden Fall muss man allgemein mal sagen. Also, die Leute dort waren alle sehr, sehr, sehr freundlich, also mit dem gesamten Urlaub über. Das war sehr, sehr angenehm. Auf jeden Fall bin ich dann da rein und habe ihn gefragt, ob er eine Möglichkeit hat, uns hier wegzubringen. Dann hat er irgendwie einen Kumpel angerufen, der Taxifahrer ist. Der hat dann auch gesagt, ja, aber der hat dann gesehen, okay, da komme ich verkehrstechnisch, erreiche ich euch nicht. Aber musste mir die Fahrt wieder absagen. Wir so, Alter, was machen wir denn jetzt? Es war echt irgendwie, wurde zwischenzeitlich, wurde es auch echt irgendwie ein bisschen nervig. Dann hatte die Straße sich ein bisschen gelichtet dort. Es war aber dann zu kurzfristig, dass er, der Taxifahrer, den Anruf noch kommt. Und das Ding ist tatsächlich, dieser Restaurantbesitzer hat dann seinem Assistenten gesagt, hier, pass mal kurz auf. Und hat uns persönlich da hingefahren. Das war schon echt geil. Ist ja geil. Das war echt cool. Also das war echt eine nice Aktion. Er wird es nicht hören, aber Grüße nochmal an der Stelle. Das fand ich echt cool, dass dieser Herr einfach seinen laufenden Restaurantbetrieb unterbrochen hat. Ja gut, aber er ist auch nicht umsonst gefahren. Also von daher war alles easy. Auf jeden Fall waren wir dann im Stadion. Ein bisschen hin und her. Okay. Ja, aber noch rechtzeitig, das muss man sagen. Also wirklich noch mit ein paar Minuten Zeitpuffe, ohne dass wir jetzt mega die größten Probleme haben. Die nächste Schwierigkeit kam dann in diese unfassbar engen Schlange, die uns zum Stadion führen sollte. Und hier muss ich ja wirklich mal ganz klar festhalten, keine Ahnung, wahrscheinlich haben die Leute aus Limassol ihre zwei Ordner einfach mit nach Nicosia gebracht. Das war echt richtig beschissen. Denn diese künstliche Verengung, um dann zu kontrollieren, die war echt unnötig, die hat für einige Unmut gesorgt. Und ich bin sehr froh, dass die Stimmung da nicht eskaliert ist, weil zwischenzeitlich, da viele Leute waren schon den ganzen Tag auf den Beinen. Man darf nicht vergessen, es gab diese Morgenflieger, wo, also ich meine, ich war ja auch lange auf den Beinen. Okay, aber es gab ja auch Leute, die von Frankfurt ausgeflogen sind und dann nachts ja wieder auch zurück. Also das ist ja schon ein Höllenritt. Und dann wird es in einem unproblematischen Stadion kommen. Ein Interview, ich glaube, das war im HR, also Hessenschau sogar gesehen. Die sind irgendwie morgens, nachts um drei quasi, also morgens um drei irgendwie in Fulda los und dann mit dem Flieger und irgendwie alles. Und die sagten dann auch so nach dem Motto, wir fliegen irgendwie um zwei oder drei zurück und sind dann um vier Uhr dreißig in Frankfurt und fahren dann wieder nach Hause. Also dann bist du quasi schon 24 Stunden nur nonstop Reise, Fußball etc. Das ist halt schon ein bisschen Aufwand. Das ist unfassbar. Geil aber, dass es halt Frankfurt-Fans gibt, die sowas machen. Fünftausend, Alter. Ja, fünftausend. So viel hat Wolfsburg in seiner Vereinsgeschichte mit Hoffenheim und Leverkusen zusammen niemals nach Frankfurt mitgebracht. In zwei Spielzeiten nicht. Nicht in zwei Spielzeiten, in allen Spielzeiten. Achso, in allen, ja, du dann auch nicht. Ja, genau. Aber, ja genau, also das ist, du siehst, da war ein Fan-Aufkommen, es war mega gut, aber das war halt eine Schwierigkeit. Irgendwann haben wir es aber geschafft. Okay. Sind ins Stadion gekommen und ich denke, da war die Stimmung. Also ganz ehrlich, es gab jetzt da drinnen, das war alles, naja, rustikal nicht so ganz so geordnet, will ich mal meinen. Also da gab es jetzt leider nur alkoholfreies Bier, ich glaube, wir wussten warum, aber ansonsten hatten wir Karten für irgendwas und sind dann einfach irgendwie rein und jeder hat sich irgendwo hingestellt, wo er Bock drauf hatte und dann ging die Party los. Der Platz war da ja mehr als genug, also man hat ja, also die anderen Ränge waren ja eher wenig gefüllt, würde ich jetzt mal behaupten. Ja gut, aber das hat uns ja nicht geholfen, da hätten wir keinen Zugriff drauf gehabt, aber es war schon ein skurriles Bild. Ja, also. Du guckst aus diesem prallvollen Block. Auf ein quasi leeres Stadion. Links und rechts zwei vereinzelte Gruppen, das sah aus wie so eine Altherrenfahrt, also da waren hier mal ein paar und da mal ein paar, aber das sah schon sehr skurril aus, muss ich sagen. Also auf der einen Seite war das auch Altherrenfahrt, da saß ja der Herr Grindel, also von daher, das muss ja DfB-Altherrenrunde gewesen sein. Zum Glück für ihn wussten das die Eintracht-Fans nicht. Ich glaube, wenn das voll bekannt gewesen wäre, dann hätte es vielleicht den einen oder anderen Beruf gegeben. Ja, ist richtig. Aber nur ganz kurz, Leute, falls ihr euch wundert, wenn es hier gleich mal platscht oder sonst irgendwas macht, da vorne am Ratswegkreisel, die treuen Hörer werden es wissen, ich wohne ja im Frankfurter Ostend, und am Ratswegkreisel wird heute eine Weltkriegsbombe entschärft. Also das ist außerhalb meines Radios, deswegen bin ich eigentlich ganz relaxed hier. Ich stelle mir gerade vor, wie Marvin mit so einem alten Bundeswehrhelm unter drei Matratzen irgendwie unterm Schreibtisch sitzt, weil die Bombe da gleich gezündet wird. Also de facto sitze ich wirklich in der Nähe fast unterm Schreibtisch, aber das ist eine einzige Ähnlichkeit. Ansonsten schwebt schräg über mir ein Heli und ich sehe lauter Polizei und so weiter und so fort. Eher zu Sicherheitsmaßnahmen. Aber falls ihr wisst, falls ihr merkt, dass es irgendwie mal ein bisschen klatscht, wenn es da irgendwie, keine Ahnung, einen großen Laut tut, dann wisst ihr, das war in meiner Hood und hat jetzt nichts mit mir direkt zu tun. Ich wollte jetzt nicht mutwillig Lärm machen. Nur mal zur Info. Ja, ansonsten, also die Stimmung war, ich habe es ja jetzt nur am Fernsehen verfolgt, die war grandios schon allein im Fernsehen. Ich kann mir, glaube ich, gar nicht ausmalen, was das für eine Stimmung da im Stadion gewesen sein muss. Erst recht über den Verlauf des Spiels hinweg, wenn du dann irgendwann 3-0 dann da vorne liegst, muss das schon sehr, sehr grandios gewesen sein, oder? Ja, weiß ich gar nicht. Also das Stadion hat ja tatsächlich den Nachteil, dass dort überhaupt gar kein, ich meine, Ansatz eines Daches ist. Das heißt, du hast diesen Hall, hast du da nicht. Also klar war die Stimmung laut, aber das war jetzt nicht so, dass du gedacht hast, ach du Scheiße, was geht denn hier ab? Aber ich glaube, alleine die Situation, dass du, weißt du, bist irgendwie an einem einigermaßen sonnigen Abend irgendwie am anderen Ende der Welt mit 5000 Eintracht-Fans, das hat so das bisschen getragen, fand ich. Ich glaube, so ein bisschen Pyro war auch dabei. Da hast du halt alle ein Grau gehabt mit den Pullis. Auch nochmal vielen Dank an alle, die das mitorganisiert haben. Das hat echt gut geklappt, weil tatsächlich hatte jeder, der dort war, einen Pulli. Ich habe keinen ohne gesehen. Und ja, das war schon echt geil. Also das war ein geiles Bild. Was? Ja, sorry, ich wollte nicht jetzt einhaken, aber mega guter Punkt, weil gerade mit dem Pullis hat es super gut geklappt. Ich weiß, es gab immer mal wieder Konflikte, wenn wir uns an das Pokalfinale erinnern, da hat der nicht das passende Shirt bekommen, bla bla bla. Aber jetzt hat alles super gut geklappt. Es gab nochmal eine Verteilungsaktion vor dem Spiel in Nicosia selbst. Also ich glaube, jeder ist glücklich nach Hause gegangen. Ja, also es war echt eine coole Aktion. Das Bild war echt was Besonderes. Also es war nicht so ein Standard-Auswärtsspiel, auch nicht in der Europa League. Das hatte schon so einen eigenen Flair und ich glaube, das hat auch jeder aufgesaugt. Und ja, das war einfach auch echt geil. Also du hast auch teilweise echt Momente gehabt, gerade ich am Ende des Spiels, als Adi Hütter in die Kurve kam, da konnte ich dann Gott sei Dank auf eine Sonnenbrille zugreifen, dass nicht alle gesehen haben, dass da die ein oder andere Träne geflossen ist. Ja, aber auch zu Recht. Also in so einem emotionalen doch durchaus Moment, wo man am Anfang ja irgendwie schon der Meinung war, ja, wir haben ein paar schöne Spiele, aber dann ist es halt auch irgendwie, war es das halt auch. Und dann hast du quasi diesen Durchmarsch eben aber auch mit allen Unwägbarkeiten, die dabei waren. Die Geschichte mit Marseille, jetzt die Geschichte mit Rom, die sich da andeutete. Und du hast dann da trotzdem irgendwie 5000 Fans, die dann da hinfahren. Du hast eine Mannschaft, die sich da einfach reinhängt. Du hast den Trainer, wo du dir am Anfang der Saison unsicher warst. Also da kommt ja schon das eine oder andere zusammen. Da warst du mit Sicherheit nicht der Einzige, der da nah am Wasser gebaut war. Es ist auch ein geiler Moment gewesen, weil es natürlich was Natürliches war. Es ist nichts, also Fußball ist ja so durchstrukturiert mit einer Art Pseudoliebe, die mittlerweile vermittelt wird. Aber wenn dann so natürliche Momente halt einfach durchdringen, wo dann die Fans einfach auch den Trainer sehen wollen, weil das momentan eine gute Runde ist und weil es momentan einfach gut funktioniert. Und jemand, der, glaube ich, nicht das Rampenlicht sucht, also ich würde mal behaupten, dass Hütter nicht jemand ist, der bei drei immer vor jeder Kamera stehen muss. Dann finde ich das einfach ein schöner Moment. Ich kann mich den Emotionen, die Basti da hatte, nur anschließen. Ja, es war wieder Marvin Sarg, weil das ist genau das. Er ist nicht diese... Und ich glaube, für ihn ist ja auch alles neu. Also es war diese Annäherung. Am Anfang gab es ja tatsächlich auch ganz schnell diese Rufe, die wir hier besprochen hatten. Wo wir uns auch gewundert haben. Ich so, Leute, es ist nicht ein Bundesligaspiel gespielt, blablabla. Dann hat sich das nach Freiburg, haben die Leute sich irgendwie auf die Zunge gebissen und gewartet, bis sie einfach dann den Gladbach verliert, blablabla. Dann haben wir gegen Bremen zu Hause verloren. Das war ja so dieses Ding, oder vorher gegen Bremen, sorry. Das war ja dieses Ding... Dass das alles noch so ein bisschen gefremdelt ist. Und jeder hat auch irgendwie gesagt, man kann den nicht greifen. Und ich konnte ihn am Anfang auch nicht so greifen, weil er, wie der Marvin sagt, eben nicht dieser Upfront-Typ ist, wie Kovac das war, der hierher gekommen ist. Und die in einem oder anderen Satz gesagt wurde, er weiß, das wollen die Fans hören. Das hat er nicht gemacht. Er hat das immer mit so einer Demut, mit so einer Zurückhaltung gemacht. Er hat gesagt, er ist beeindruckt von der Kulisse, blablabla. Aber so dieser komplette Funke ist nicht übergesprungen. Aber er hat sich auch nicht beirren lassen. Er hat es durchgezogen. Er wirkte nicht unsicher. Er ist immer sehr bestimmt aufgetreten, sehr smart. Und dann diesen Moment zu haben, weil er ist ja auch nicht von sich ausgekommen. So zu sagen, hey, was geht ab? Feiert mich. Ich habe die Vorrunde überstanden. Sondern die Fans hatten ein Gespür dafür, zu sagen, ey, was gerade abgeht, ist nicht normal. Auch mit diesen geilen Siegen gegen Düsseldorf, Hannover, Rom, in Marseille darf man auch nicht vergessen. Ja. Die tollen Choreos, also diese Auftritte, die wir hatten, die wir auch, obwohl Kovac erfolgreich war, auch unter Kovac sehr selten hatten, weil das ein anderer Fußball war. Diese rauschhaften Nachtnächte, was ich letztes Mal gesagt habe, nach dieses 7-1 gegen Düsseldorf zum Beispiel. Das ist ja so ein Ding, da erinnerst du dich länger dran. Und einfach zu sagen, und dann haben wir es da durchgezogen und sind tatsächlich, Leute, komplett, wir haben jedes Spiel gewonnen und sind jetzt schon, jetzt schon in einem 16. Finale. Das ist unvorstellbar. Wir haben uns, ich glaube, als wir zum ersten Mal darüber geredet haben, gewünscht, dass wir in Rom noch die Chance auf Platz 2 haben. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich ein Endspiel und Platz 1 in Rom und wir können ganz safe da hinfahren. Und das war dieser Moment, wo ich Hütte einfach, wo er kam, das war echt rührend. Also, dass die Fans auch gespürt dafür hatten, ihn mal zu feiern. Er hat das aufgenommen, er ist dann gekommen. Das war wirklich der perfekte Abschluss dieses ganzen Tages. Also, das war, das hat er runtergemacht. Er hatte ja in irgendeinem Interview mal, der Alex hat das auch gerade im Chat geschrieben, ich hatte das auch noch in Erinnerung, dass er mal irgendwann gesagt hat, dass er sich das quasi verdienen will, sich das von den Fans feiern zu lassen. Das passt ja so zu dem, wo du gesagt hast, demütig und so weiter. Und er hatte sich ja auch, das hat er ja in der Pressekonferenz nach dem Spiel ja gesagt, ja vorgenommen, dass wenn sie es, wenn die Eintracht es schafft, eben über die Gruppenphase drüber hinaus zu kommen, dass das dann für ihn der Moment ist, wo er sagt, okay, jetzt habe ich es mir verdient, jetzt gehe ich da halt auch hin. Also, das zeigt ja auch, welche Art von Mensch er ist und wie er mit sowas eben umgeht. Wie er so sagt, okay, ich stelle mich jetzt nicht da hin, sondern ich bringe erst meine Leistung und dann bin ich bereit, so einen Schritt zu gehen. Und das finde ich eine sehr sympathische Art und Weise, mit so einem Thema umzugehen. Ja, also so wirkt er halt auch. Und sagen wir doch mal realistisch, niemand hat am Anfang jetzt so gedacht, er ist ja nicht so eine Charismareißer. Es ist ja wirklich keiner, von dem du genau jetzt gedacht hast, ja, okay, mega, das wird jetzt alles total geil. Jetzt haben wir den super, mega Charisma-Bolzen, der strahlt jetzt hier um die Wette. Sondern wir waren ja alle so ein bisschen verhalten. Aber aktuell läuft es einfach gut und hat sich das mehr als verdient. Leute, wir haben vier fucking Europa-League-Spiele in Folge gewonnen. Das muss man sich erst mal geben. Natürlich war zweimal ein zypriotischer Verein dabei, aber ansonsten hast du gegen die Leute aus der vermeintlichen Todesgruppe Lazio, Marseille, dieses schwierige Auswärtsspiel gegen Marseille, einfach gewonnen. Was ist los? Mega geil. Wir haben acht Spiele gewonnen aus den letzten neun. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist eine Quote, die sind wir aus Frankfurt einfach nicht gewohnt. Und dann bin ich unfassbar froh, dass halt Ali Hütte auch dieses Gefühl hat, okay, jetzt kann die mal nach vorne kommen. Ja, ja, ja. Also momentan passt echt alles. Das ist halt, wie gesagt, wir haben es ja bei Fußball 2000 schon gesagt, die Euphorie-Bremse ist leider kaputt momentan. Es ist halt einfach so, aber meine Güte, deswegen liebt man ja auch Fußball, wenn es so ist, dass man das auch wirklich voll auskostet. Und ich sage das ja auch hier jede Woche. Das muss man echt mit dem großen Löffel essen, weil das eine Situation ist, die, das ist schon ein gewisser Ausnahmezustand, den werden wir nicht immer haben mit dem Pokalsieg im Sommer, mit diesen Monaten jetzt, wo wir dachten, der Pokalsieg war das Highlight. Scheinbar war der Pokalsieg momentan erst der Anfang von geilen Sachen, die danach kamen. Wir hatten ja nach dem Pokalsieg auch mindestens vier, fünf magische Nächte, wo jeder ein paar Tage danach noch von gezerrt hat und wo es geile Bilder entstanden sind. Geile Erinnerungen mit Leuten, die man sowieso immer trifft. Das ist ja das, was diese ganze, deswegen ist es ja auch so emotional, das ist ja nicht nur, weil der Trainer kommt, sondern das ist diese Gesamtsituation. Du fliegst mit Leuten, die du kennst. Manche kennst du besser, manche kennst du nicht so gut. Aber alle haben diesen gemeinsamen Nenner. Alle sind irgendwie verbunden. Du kannst mit jedem reden, jeden umarmen. Im Stadion habe ich dann auch tausend fremde Leute im Arm gehabt. Das ist ja dieses Gefühl. Das ist ja nicht zu beschreiben. Das kennt jeder Fußballfan bis zu einem gewissen Grad. Aber in Frankfurt ist das ja echt krass. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, dass es echt auch ein Privileg ist zu sagen, Alter, wir haben eine Fanszene, die fliegt mit 5000 Leuten dahin und organisiert solche Sachen und würde, wenn es klappen würde, mit 20 nach Rom fahren. Das sind geile Sachen. Und ich glaube, dieses Gesamtpaket Eintracht, was momentan abgeht, begeistert auch nicht nur Eintracht-Fans. Man hört es ja von vielen anderen Fans, das hat man nach dem Pokal schon gehört, jetzt wieder. Das ist momentan geil, deswegen muss man das aufsorgen. Nichtsdestotrotz muss man natürlich im Auge haben, Leute. Das wird nicht so weitergehen und es gibt auch noch Hürden, die zu überqueren sind. Ja, sehe ich ganz genauso. Aber ich hoffe, mein Internet ist jetzt wieder ein bisschen besser. René, was sagst du? Das wird besser. Sehr gut. Ich habe nämlich alles ausgemacht. Aber bislang muss man das einfach mitnehmen. Das ist super geil, ich liebe es, ich liebe es. Und das ist doch, das Jahr 2018 kann eines der magischsten Jahre werden. Und es ist schon ja dabei, das werden wir vielleicht irgendwann nochmal unseren Kindern erzählen. Wer weiß, ob wir sowas Gutes noch erleben. Wenn wir Glück haben, wird die Rückrunde ähnlich gut. Und dann, naja, gut, schauen wir mal an. Dann werden wir gleich noch drüber sprechen. Aber um das erstmal festzuhalten, so glatt durch die Euroleague gekommen, das ist eine geile Nummer. Ja, genau, der Marvin fasst gut zusammen, wenn du sagst, da kann man wirklich seinen Kindern noch von erzählen. Und du befindest dich gerade mittendrin. Du hast ja dann manchmal auch noch diese Verklärung der Vergangenheit, bla bla, bla. Aber du bist momentan mitten in so einer Phase drin, wo du wirklich, wo, wenn ich jetzt in fünf Jahren zu Marvin sage, weißt du noch, Zypern. Dann sagt der, klar, dann hat der alle Bilder parat, die ich meine. Und das sind einfach geile Momente, die haben irgendwie auch noch aufs Emotionszentrum im Körper echt noch eine besondere Wirkung. Das halte bei mir noch nach. Und wenn wir jetzt irgendwie noch zehn Minuten drüber reden, dann fange ich hier auch live an zu hollen. Und deswegen, René, was haben wir noch für Themen? Das nächste Thema, wo dir vielleicht auch so ein bisschen zum Heulen ist, ist die 3-0-Geschichte gegen Schalke, die du ja quasi aus Zypern noch miterleben durftest. Das war ganz hervorragend. Ich habe leider kein Video davon, weil, ja klar, ich stelle ja keine Kameras in irgendwelchen Sportsbars auf. Aber wir waren in einer sehr dubiosen Sportsbar dort. Grüße an Lossner. Ist immer in irgendwelchen dubiosen Bars. Grüße an unseren Freund Christian Lossner. Mit dem ich dort war. Dort lief ja parallel das Manchester-Derby. Das heißt, dieses Ding war einigermaßen voll mit Engländern, die das Manchester-Derby schauen wollten. Wir haben uns am Vortag schon erkämpft, dass wir einen kleinen Fernseher in einer Ecke haben können, wo wir dann, bei denen lief das, glaube ich, auf dem fünften Sportkanal irgendwie Bundesliga, wo wir das schauen konnten. Dann saßen wir dort vor einem Billardtisch völlig, also nackenstarre nach oben geschaut. Also alles andere als optimale Situation. Wo wir das geschaut haben und als Jertra das 1-0 gemacht hat, sind wir da über den Billardtisch gesprungen und was weiß ich alles. Und die Leute haben sich so erschreckt, weil die 60 Minuten lang, gut, die gucken da halt irgendwie, keine Ahnung, und haben vorher noch was gegessen und in der Halbzeit Billard gespielt, bla bla. Aber als das 1-2-0 gefallen ist, ist dieser Laden, glaube ich, schon sehr erschrocken, hat sich danach aber sehr gefreut. Grüße an die Montenegro-Sportsbar in Lapta. Ich habe es übrigens sehr gefeiert. Du und Lossner hattet ja über den ganzen Urlaub, zumindest in den Zeiten, in denen ich da war, ja eine sehr gute, ja, wie soll ich sagen, eine sehr gute Verbindung. Irgendwann in der Zwischenzeit, als wir beide so ein bisschen angetrunken waren, hm, der guckt mich so an. Lossner, ich beobachte dich. Das haben wir so zwischenzeitlich gesagt. Das war so gut. Und der eine, der gedacht hat, der eine ist auf den anderen sauer und so weiter und so fort. Aber wirklich ein guter Typ und auch schön mit dem Mulle abzumachen. Also muss man echt sagen, eine feine Angelegenheit. Und jetzt, um zum Spiel selbst zu kommen, na ja, das Schalke-Ding war ein bisschen merkwürdig, denn ich habe grundsätzlich erst mal gedacht, oh, ich bin ganz ehrlich, war ein bisschen schwierig für mich, mich jetzt für das Spiel zu motivieren. Ich komme Sonntagmorgen erst heim. Ah, okay. Zwei Uhr zu Hause gewesen. Übrigens mega geil. Ja, wie sage ich eigentlich Glückwünsche, sondern viele Grüße an einen treuen Hörer, der mich da mit nach Hause genommen hat. Ja, also der Andreas, richtig geil. Also der guckt immer bei Fußball 2000. Ich glaube, guckt auch jetzt öfter mal, hört auch mal öfter bei einem Eintracht-Podcast rein. Und richtig cool hat er mich angeschrieben. Jetzt bin ich dann erfolgreich heimgekommen. Gut, war ich im Zweier zu Hause. Und dann bist du natürlich ein bisschen fertig, auch vom Trip, und musst dich erst mal wieder in die Stimmung bringen. Aber, wie das dann geklappt hat, erste Halbzeit, okay, 0-0, hey, kein Problem, mit einem 0-0 werde ich heute gegen Schalke total zufrieden, schauen wir mal. Und dann plötzlich dreht die Eintracht nochmal so auf. Alter, was ist da denn los? Ja, krass. Aber dieselbe Gespräche hatte ich mit dem Lossner auch. Dieses von wegen, ganz ehrlich, 0-0 unterschreibe ich dir hier vorm Spiel sofort. Du bist müde. Schalke ist irgendwie wieder am Kommen. Wenn wir zu Hause 0-0 spielen, Punkt holen, ungeschlagen bleiben, ist alles in Ordnung. Und so lief das ja. Also die Eintracht, muss ich sagen, die Eintracht hat ja losgelegt wie die Maschinen. Ich habe gedacht, die Taktik von Eintracht war eigentlich, Alter, wir brettern jetzt nochmal alles raus, was wir in uns haben, und versuchen das irgendwie in der ersten Halbzeit vielleicht fresh zu machen. Also die Eintracht hat trotzdem krass losgelegt, muss ich sagen. Du hast aber gemerkt, dass Schalke trotzdem eine Mannschaft ist, die defensiv gut organisiert ist. Sehr stabil in der Defensive war. Und deswegen hätte ich so in der 55. Minute gesagt, hoffentlich bleibt das so, und hoffentlich hat Schalke nicht irgendwie, ich habe schon den Burgstaller, den Hässlichen da gesehen, wie er da jubelt, mit irgendeinem reingepflaumpten Tor. Ja. War derlei Eventualitäten vorbereitet. Ja, aber nee, dann kommt diese Szene, wo Jovic sich dann den Ball, wo er eigentlich vielleicht sogar abspielen muss, aber egal, wo er das Ding mit seinem linken Kanonschlag reinballert. Und dann kommt dieses andere. Da kam so ein bisschen aus dem Nichts dann da. Ja, und dann kam dieses andere Tor noch, wo du denkst, Alter, die Eintracht dreht trotzdem auf. Also das ist dieses, die Eintracht hat nicht irgendwie Körner gelassen, sondern die hat dann erst nochmal richtig losgelegt in der 60. Minute. Und wie Kostic dieses Tor vorbereitet, der muss ja irgendwann umfallen. Und wie Jovic das reinballert, das ist vor einem anderen Stern. Also das ist wirklich unfassbar, wie trocken, präzise, wie ein, ja, wie ein Scharfschütze, wie der das Ding reinballert. Auf einmal steht es 2-0, wir fliegen in Zypern über den Billardtisch. Und ich habe gedacht, ich habe wirklich gedacht, ich habe es, glaube ich, auch getwittert, Leute, was geht gerade ab? Was geht gerade ab? Dann kam das Haller 3.0 auch noch dazu, dann war echt alles zu spät, dann kam der nächste Gin Tonic. Ich habe echt gedacht, was ist los, Leute? Was ist los? Und wäre der Marvin da gewesen, hätte ich ihm den Kopf abgebissen, nur um rauszufinden, ob das hier alles real ist. Also es ist wirklich Wahnsinn. Es ist echt Wahnsinn. Ich habe noch so kurz vor dem 2-0, habe ich noch zu meiner Frau gesagt, habe ich gesagt, wir müssen aufpassen. In den letzten Spielen hatten wir immer so zwischen der 65. und der 85. immer mal so zehn schlechte Minuten. Nicht, dass dann da irgendwie so ein dusseliges Tor da hinten reinfällt und dann fällt es halt auf der anderen Seite. Das war schon sehr, sehr geil. Es war rund. Also ich meine, Leute, was spielen die denn für einen geilen Ball? Natürlich ist es auch so, es ist auch so, dass die eine oder andere gute Szene dabei war, die uns einen kleinen Vorteil gebracht hat. Aber ich muss echt sagen, die haben wirklich die Zündung gefunden. Und wenn ich dann sehe, dass Jovic, der ist auch so trocken. Ja, der, der weißt ja, naja, dann haue ich das Ding halt einfach rein. Ich gehe gar nicht lang drüber nach. Und das ist halt mega geil. Und du merkst halt, ja, ich kann einfach nicht mehr, ich wiederhole mich. Es ist repetitiv. Aber es ist halt einfach so, dass die Eintracht momentan in der Offensive extrem gut spielt. Und was dazu kommt, ist auch noch, dass die Defensive auch sicher gehalten hat. Hasebe hat, und das ist etwas, was in den letzten Wochen ein bisschen zu kurz kommt, auch in mir selbst, gebe ich zu, muss ich mir in die eigene Nase fassen. Aber gerade deswegen habe ich es mir noch mal angeguckt. Hasebe spielt eine mittlerweile herausragende Saison und ist hinten ein Fels in der Brandung. Also diese anderen Leute, Abwehr und Mittelfeld kommen ja, selbst der Torwart auch, kommen ja alle mit diesen drei Giganten da vorne, kommen alle ein bisschen zu kurz, weil de Guzman auch echt noch mal ein bisschen besser ist als letzte Saison. Also es ist trotzdem so, dass diese Spieler, auch Fernandes, also Fernandes ist natürlich nicht der überragendste Kicker, den wir hier gesehen haben, aber es ist trotzdem einer, dem kannst du trotzdem die Einstellung ansehen auf dem Platz. Ich glaube nicht alles, was er sich vornimmt, kann er auch umsetzen, fußballerisch, aber meine Güte. Der muss sich dann schon mehr konzentrieren manchmal als andere, wenn er einen Ball spielt, aber gut. Aber er ist trotzdem von der Einstellung her einer, wo du sagst, okay, wenn mal der und der fehlt, ist es wirklich kein Grund, Bauchschmerzen zu haben, wenn er reinkommt. Und das ist momentan echt geil. Du hast das Gefühl und das haben wir auch schon, hat Marvin und ich bei Fußball 2000 angesprochen, diese Szene, als Jovic das 2-0 macht und wie Rebic da hinten jubelt, das zeigt einfach alles über diese Mannschaft. Du hast Mannschaften, das kann man ja auch beobachten, da schießt er einen Tor, läuft irgendwo hin, zwei, drei Laufen mit, aber die anderen drehen sich schon wieder ab und gehen in die Mitte. Das sind einfach, selbst als Allerner noch dieses Tor schießt, da laufen alle Leute hin, freuen sich für den anderen. Keiner ist sauer, dass Jovic bei seinem 1-0 den Ball nicht abspielt, was vielleicht sogar sicherer gewesen wäre. Und das ist einfach, wie Rebic da jubelt, da gibt es glaube ich sogar ein Gift davon. Das ist einfach überragend und fasst echt gut zusammen, was gerade abgeht. Und ich finde es auch insofern geil, sorry, wenn ich da einhacke, aber ich finde es insofern auch geil, weil wir zum Beispiel letzte Woche angesprochen wurden per Twitter, was denn mit Rebic los sei, weil er sich irgendwann mal nicht so gefreut hat. Irgend so was. Und da denke ich mir auch, ja, keine Ahnung, da ist aber nichts. Ich glaube, diese angesprochene Szene war ja die in Stuttgart, wo Jovic zum Ball trabt und das 2-0. Ich glaube einfach, der war ein bisschen schockiert, weil er, glaube ich, noch nie ein Tor in seiner Karriere und mit weniger Gegenwehr geschossen hat. Ja, wahrscheinlich. Der wusste wahrscheinlich gar nicht, ob es zählt, er hat vielleicht gedacht, es ist abgepfiffen. Ja, das stimmt schon. Es war, ich weiß nicht mehr, war es, ob es Haller war oder der Gußmann, der in einem Spiegelartikel, nee, nicht Spiegel, in einem Kickerartikel die Woche auch zitiert wird nach dem Motto, dass das Spiel halt momentan unwahrscheinlich viel Spaß macht, weil Hütter eben mit dieser offensiveren Ausrichtung eben auch es geschafft hat, halt so ein bisschen mehr, ja, noch ein bisschen mehr Spielfreude reinzukriegen, als es quasi im letzten Jahr mit der Kovac-Taktik da war und dass man deswegen vielleicht auch noch so ein bisschen mehr motiviert ist, eben für die Mannschaft zu rennen, weil man halt auch irgendwie sieht, dass man eben nicht nur irgendwie glücklich mit einem 1-0, sondern dann auch mit einem 3-0-3-1 oder 7-1 da am Ende dann auch dasteht. Also so alles in allem passt das gerade sehr gut zusammen und da lassen sich natürlich auch andere, die vielleicht jetzt sonst so ein bisschen untergehen würden in dem System, halt mitziehen, wie ein Fernandes oder wie andere Spieler, ja, also. Ja, ich finde, solche Vergleiche grundsätzlich echt immer schwierig. Ich glaube, also ich meine, keine Ahnung, du hast letztes Mal den DFB-Pokal gewonnen, also wenn du da nicht motiviert warst, weiß ich nicht, was machst du denn noch besser motiviert bist? Keine Ahnung. Also, ich glaube, das Spielsystem war einfach ein anderes. Man muss jetzt schon irgendwie konstatieren, dass wir auf der Offensivseite momentan wesentlich souveräner und sicherer gehen, als es in der letzten Runde war, der Fall war. Und auch leichter. Also, natürlich hat das auch in der Rückrunde der letzten Saison funktioniert, ich meine, sonst wären wir nicht Pokalsieger geworden, aber es funktioniert momentan ein bisschen leichtfüßiger und ich hoffe, diese Leichtfüßigkeit könnte sich bewahren. Ja, man muss ja auch sagen, das ist ja auch immer im vollen Bewusstsein, dass das nicht so weitergehen wird. Ja, da wird auch mal zwei, drei Spiele hintereinander verlieren. Also, das wird passieren. Dann wird es halt interessant zu sehen, wie dann reagiert wird, aber das haben wir ja jetzt im Kleinen schon gesehen. Also, die Saison ist ja nicht optimal gestartet, wir sind ja jetzt hier nicht durch diese komplette Saison gerauscht, sondern am Anfang war ja schon ein Knäckebrot. Also, das Brot wurde erst später sehr, sehr saftig und das Brot wird auch wieder, wenn es länger hier in der Küche liegt, auch wieder ein bisschen trockener. Meine Güte, das wissen wir schon. Aber, warum sollen wir es jetzt aktuell nicht ausnutzen? Das Einzige, was mich gerade so ein bisschen stört, was nicht stört, aber was mir so ein bisschen Angst macht, ist diese überregionale Euphorie auch. Also, die außerhalb der Eintracht-Blase herrscht, wenn ich Artikel lese, wie der 150 Millionen Euro Sturm, Eintracht, bla bla bla, Lothar Matthäus sagt, Eintracht kommt in die Champions League, das ist mir zu viel. Also, da würde ich gerne, da würde ich mir gerne, ich hoffe auch, dass Bobic das macht, ich glaube, er ist so prädestiniert für diese Rolle, den Matthias Sammer macht. So, Leute sagen, ja, beruhigt euch jetzt. Aber ich glaube auch, dass Adi Hütter zum Beispiel ein ist, der dafür nicht empfänglich ist. Der wird jetzt keine Home-Story mit der Bild-Zeitung machen und sagen, der Erfolgstrainer, ich Adi, immer eine neue Serie in der Bild-Zeitung. Weil in solchen Gefahren bist du ja ausgesetzt, wenn es so läuft. Die Leute klopfen dir auf die Schulter. Nur, das ist so dieses bisschen, du merkst halt, die heutige Medienlandschaft ist ja immer komplett auf Extreme ausgelegt und dann siehst du ja, Eintracht kann die Eintracht auch Meister werden. Leute, lasst uns in Ruhe. Wir wissen das hier zu schätzen, wir wollen das gar nicht hören, lasst uns in Ruhe, wir mögen nur uns. Ich will damit nichts zu tun haben. Sport 1 soll sich wieder um die Bayern kümmern und wir in der Reberin die Fresse haut. Das hat mich so ein bisschen genervt, diese komplette, dass da von außen so eine Erwartungshaltung reingetragen wird, die hier niemand hat. Also hier ist doch keiner und ich hoffe auch, dass hier keiner ist. Ja wirklich, die anderen kommen, die Champions League. Wenn wir mit Doppelbelastung, ja, also wenn wir mit Doppelbelastung und jetzt kommen wir an, die Doppelbelastung nehmen wir ja mit ins nächste Jahr. Wenn wir da einen einstelligen Kamellenplatz belegen und die Spieler sich so weiterentwickeln, wie es aktuell der Fall ist und die Marktwerte auch und wir da vielleicht im Sommer endlich mal diese kreierten Marktwerte eins zu eins kassieren können, ja, dann haben wir, glaube ich, mehr erreicht, als wir uns hätten erträumen sollen. Wenn ich nämlich Leute schon höre, die gesagt haben, die Ata steigt ab, das wird nichts Köln und blablabla. Ja, oh ja. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, denn es ist auch das, was, ja, ich so ein bisschen, also ich versuche, das eigentlich so nicht so mitzunehmen, aber ich merke es natürlich schon, dass du halt sehr, sehr viel postfaktische Berichterstattung hast, ja, die halt nur so die letzten paar Ergebnisse sehen und jetzt ist das, okay, okay, fünf Spiele gewonnen, hm, dann muss es ja ein Champions League Teilnehmer sein, okay, dann ist das so, ohne wirklich einen Blick hinter die Kulissen eigentlich mal zu wagen und es ist natürlich so, dass sich Eintracht momentan mega gut dabei ist, ja, ich glaube, wir haben im Scouting super Arbeit gemacht, Ben Manga, der wirklich dafür gesorgt hat, dass hier kleine Perlen an Land gezogen wurden und so weiter und so fort, es läuft alles gut, aber es ist noch nicht gleichzusetzen mit einer Entwicklung, die sofort in die Champions League führt, das ist halt Bullshit, das sieht momentan gut aus und wir haben, glaube ich, ein stabileres Fundament als noch letztes Jahr, muss ich sagen, also es wird immer eins draufgesetzt und es geht immer ein Stück weit besser, aber es ist trotzdem so, dass man jetzt nicht sagen kann, oh, jetzt Champions League, kommt mal klar, Leute, überlegt mal, was da passiert, selbst ein Adi Hütte hat gesagt, das ist für ihn ganz normal, das hat er in einem Interview gesagt, der Schweizer Rundfunk, glaube ich noch, als er Young Boys Trainer war, hat er auch gemeint, ja, es ist für ihn normal, mal so Serien zu haben, mal so acht, neun Spiele hintereinander zu gewinnen, ja, also der, weil ich glaube, das System kann auch darauf angelegt sein, dass wenn du einmal so on a roll bist und weißt, wie deine Abläufe sind, dass es auch besser funktioniert und vielleicht gibt es auch Mannschaften, die sich darauf nicht so schnell einstellen können, es dauert dann vielleicht ein bisschen länger, irgendwann funktioniert es und dann wird es wieder ein bisschen rockiger, aber trotzdem ist es so, dass das eine super Mannschaft ist, die wirklich eine gute Qualität hat, wir sind glaube ich, wir schöpfen unser Potenzial aktuell noch mehr aus als in den vergangenen Jahren, jeder funktioniert noch ineinander besser, aber es ist noch nicht so, dass wir jetzt einen absoluten Champions League-Karte haben, sowas kann sich mit ganz viel Glück ergeben, aber es ist nicht so, als würden wir zum engen Kandidatenkreis gehören und da höre ich auch nicht drauf, was Lothar Matthäus sagt. Ja, man muss an der Stelle halt auch wirklich irgendwie dazu sagen, wir haben jetzt gerade nochmal den elften Spieltag, ja, die Bayern kacken da gerade so ein bisschen ab und Dortmund ist gerade irgendwie in einem super Lauf, wenn du jetzt nochmal zehn Spieltage wartest, dann kann sich das ganze Feld halt auch nochmal total irgendwie durchrütteln, also da kannst du halt jetzt auch null Aussage davon ableiten. Ja, wirklich keine Aussage, das ist halt genau das Ding. Es kann sein, dass es noch mega gut läuft und wir mit 35 Punkten in die Rückrunde starten, dann will ich ja auch wenig ausschließen, ja. Ja, aber wie du schon gesagt hast, das ist dann jetzt vielleicht auch so ein bisschen der Punkt, dass wir halt jetzt gerade mit so einem System unterwegs sind, wo man gerade noch nicht so richtig weiß, wie man damit umgehen soll, ja, und dann hast du in der Rückrunde, haben sich dann alle irgendwie drauf eingestellt, dann ist dann wieder die Frage, hast du ein anderes System in der Hinterhand, was du rausziehen kannst, ansonsten hast du dann halt auch wieder so ein bisschen die Probleme. Ja, und das ist immer so, mit allen Mannschaften, die für Ror gesorgt, die Gegner stellen sich drauf ein, das ist klar, spätestens in der Rückrunde wird das der Fall sein, dass wir dann gegen sehr, sehr defensive Mannschaften spielen und da muss man halt gucken, da brauchst du, was der Marvin vorhin gesagt hat, du brauchst halt auch, das hat die Eintracht auch gerade, was wir hier immer fordern, wenn wir sagen, es steht ein enges Spiel bevor, dann sagen wir, die Eintracht muss irgendwie in Führung gehen und das haben wir ja jetzt oft gehabt auch, das ist so ein Büchsenöffner, das hatten wir gegen Apollon zu Hause, das war das der Büchsenöffner Deluxe, also dieses cooler Ding da, dann läuft es halt auch. Du hast aber jetzt, guck mal, du hast jetzt einfach drei Spiele vor der Brust, du spielst in Augsburg, zu Hause gegen Wolfsburg und in Berlin, da ist nicht ein Spiel dabei, was du ganz sicher gewinnst. Also das kann auch sein, dass die Eintracht die nächsten drei Spiele nicht gewinnt und vielleicht zweimal unentschieden spielt oder so. Das ist drin, das ist immer trotzdem noch die Eintracht, die Bundesliga ist eh verrückt. Ja und dann spielst du gegen Leverkusen in Mainz und zu Hause gegen Bayern. Also diese Spiele haben es schon noch in sich, dass du nicht sagen kannst, geil, es läuft alles und das machen wir jetzt mit links. Ich hoffe, dass die Eintracht sich bis im Winter echt ein geiles Polster anfrisst, weil wir werden auch, glaube ich, auch nicht vor echt schmerzhaften Verletzungen zum Beispiel gefeit bleiben. Das wird alles kommen. Wir werden auch mal irgendwie, das hat man in Nürnberger zum Beispiel gesehen, dass die Mannschaft, dass es der Mannschaft manchmal auch zu kalt ist und zu regnerisch, also das sind alles Faktoren, die da reinspielen können und denen sind wir uns bewusst, nichtsdestotrotz freuen wir uns über alles, was da ist, aber ich hoffe und ich glaube, das sieht Adi Hütte auch so, weil der Marvin Zekreiter, der hat Erfahrung damit, der weiß, dass diese Sieg-Serie nicht ewig so weiter ging, dass man wirklich jetzt weiter so in den Winter in den Winterball hat und auch gar nicht die Euphorie bremst. Warum sollte man das tun? Weil die bremst sich schon von selber, wenn du dann zu Hause in Wolfsburg verlieren solltest zum Beispiel. Und dann mal gucken und dann bin ich gespannt, und da können wir dann in einer der Sendungen dann drüber reden, ob die Eintracht im Winter nochmal reagiert, weil, das will ich jetzt nur noch vorab schieben, wir hatten ja ganz oft die Situation, dass die Eintracht auch gut gestartet ist und dann wurde quasi über die Transferpolitik im Winter quasi entschieden, ja, wir machen aber hier nochmal sicher. Das hatten wir ja ziemlich oft schon, dass wir sagen, ey, hätte die Eintracht mal XY, dann hätten wir da irgendwie noch angreifen können. Und ich bin gespannt, weil, wenn die Eintracht tatsächlich im Winter noch echt so einen Gacinovic-Ersatz holst, der für diese kleine Mini-10er-Position im 3er-Mittelfeld verantwortlich ist, ich glaube, dann kann es echt hier abgehen. Also das ist so wirklich krass, da wabern ja einige Namen umher, wenn denn derjenige vielleicht auch noch irgendwie Bretter-Standards schießt und jeder zweite Freischuss drin ist, Grüße. Ich weiß es nicht, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Es ist auf jeden Fall, und das können wir, glaube ich, festhalten, um die beiden Spiele abzuschließen, momentan ist sehr, sehr, sehr vieles gut einfach und wir sind gespannt, wohin sich dieses Gute noch entwickeln wird. Ja, das ist definitiv richtig. Eintracht! Sehr gut, dann gucken wir doch mal. mit welchem Thema wir da jetzt weitermachen, bevor wir gleich nochmal so ein bisschen Exkurs machen können zum Thema Länderspielpause und Football-Leaks. Dann haben wir immer unseren Blog Aktuelles. Da hatte ich mir eigentlich in der guten Hoffnung, dass wir noch etwas früher diese Woche aufnehmen, die Wahl zum Bundesliga-Player of the Month aufgeschrieben, in der Hoffnung, dass wir dann nochmal eine Abstimmungsempfehlung geben können. Mittlerweile ist die Abstimmung leider durch, weil da waren sowohl Haller als auch Jovic nominiert. Es gibt leider noch kein Ergebnis, das ist glaube ich für morgen angedacht, aber von daher einfach mal der Hinweis, das ist glaube ich das gleiche Prinzip, wie sie es auch in England haben, dass das so eine Kooperation zwischen der Liga und EEL Sports ist, die das dann machen. Noch keiner, also es ist noch kein Ergebnis bekannt, die Abstimmung ist jetzt seit Dienstag durch und ich meine Freitag drauf ist immer die Ankündigung oder die Veröffentlichung, also es müsste glaube ich morgen dann bekannt gegeben werden, wer da gewonnen hat. Ja, mal sehen. Gute Chancen sind ja durchaus da. So, und dann lasst uns doch mal nochmal über das Thema Länderspielpause sprechen, über die wir, wo wir ja gerade drin sind und wenn wir schon über Mafia-ähnliche Vereinigungen reden, dann müssen wir auch zwangsläufig über dieses Thema der Football-Leaks sprechen. Ich weiß nicht, habt ihr den Rasenfunk dazu schon gehört? Not yet. Okay, ich habe so ein bisschen angefangen, es gibt, wie ich finde, nochmal so eine ganz gute Einsortierung über die über die Artikel, die da veröffentlicht worden sind, also kann ich an der Stelle wirklich nur jeden empfehlen, zumindest zu dem Anfang, den ich gehört habe. Hintergründe waren ja jetzt so ein bisschen diese ganzen Veröffentlichungen rund um diese Super-Leaks und ich stimme da, das war so der Kernpunkt von den ersten 30 Minuten, die ich von dem Rasenfunk dazu jetzt gehört habe, der Aussage von Raphael Buschmann total zu, dass diese Diskussion, die jetzt einfach nur irgendwie darum geht, warum denn jetzt ein Bayern und vielleicht ein Dortmund mit irgendwie Gastverein in so einer Super-League spielen, die vollkommen falsche Diskussion ist, sondern die Diskussion sollte eigentlich sein, wir es schaffen, einige Vereine so einen kompletten, so einen kompletten Fußballapparat quasi marionettenartig vor sich her zu spielen und halt mit Macht von Geld einfach da jede Menge Leute finden, die halt da drauf anspringen und das ist eigentlich so das größte Problem, was wir in diesem Konstrukt haben. Ist ja eigentlich nichts Neues. Nee, aber ist nochmal klar und deutlich da an der Stelle einfach ausgesprochen zu haben und zu sehen, mit welcher Selbstverständlichkeit da manche einfach auch agieren, das ist dann halt vielleicht schon so eine Nummer, die man, dass da viel Geld irgendwie im Spiel ist und dass da Leute sich dem Geld hingezogen fühlen, das ist nicht neu, aber mit welcher Selbstverständlichkeit da zum Teil irgendwie agiert wird, das ist dann schon wieder so ein Punkt, wo man sagt, das hätte man jetzt nicht erwarten können unbedingt. Ja, das ist auch abartig. Ja, ich sehe diese ganzen European Super League oder sonst irgendwas, also dem sehe ich irgendwie relativ gleichgültig gegenüber, ich habe noch keine endgültige Lösung gefunden, ob ich es gut oder schlecht finde, ich glaube, es würde einfach mega uninteressant werden, also für mich ist ja jetzt schon die Champions League nicht mehr so geil, also das, also ich meine, jetzt ertappe ich mich schon, ich würde es gern total geil finden, aber ich finde es halt nicht geil, wenn vier Mannschaften teilweise von einer Nation da teilen, brauche ich nicht und da sind ja auch echt labbeduddel Vereine dabei, die ich eh nicht sehen muss, ja, wenn ich dann hoffen, hoffen wir, dann sehe ich oft genug im Jahr, da will ich nicht zwangsläufig, da will ich nicht noch irgendwie Champions League gucken, wo die auch wieder rumjuckeln oder wenn Red Bull mal wieder eine stabile Saison spielt, dann muss ich die da auch sehen, da habe ich keinen Bock drauf, was soll das denn, ja, wollen wir jetzt mit allen, mit zehn Mann da antreten oder mit zehn Mannschaften, nee, das ist mir auch alles zu viel, keine Ahnung, ab dem Viertelfinale wird es dann wieder wirklich lustig und knackig, jetzt ist mir das noch zu viel Blabla irgendwie, aber so vom Gefühl her ist die European Super League für mich egal, irgendwie grundsätzlich, ich finde halt nur, das ganze Konstrukt ist halt krank und das merkst du halt auch und du merkst, wie finanziell versessen halt die Vereine sind, natürlich aber auch, weil das Rad immer weitergedreht wird. Ja, aber halt auch dann wirklich so ein Stück weit überdreht, also das ist ja wirklich, du bist jetzt einfach an so einer Stelle, wo du halt einfach auch eigentlich jetzt ohne das komplette Ding einmal zu reformieren, auch nicht mehr davon weg kannst, weil du hast das Rad so dermaßen überdreht, dass du da aus diesem Hamsterrad eben nicht rauskommst. Ich finde, was ganz schwierig ist und deswegen sehe ich es ähnlich wie der Marvin, dass ich noch keine endgültige Meinung zu dem Kram habe, das ist ja auch wie Pest und Cholera, weil eigentlich, ich habe ja auch nichts dagegen, wenn Vereine sich irgendwie gegen die UEFA auflehnen, weil die UEFA an sich ist ja auch ein korrupter Verband, also wenn Bayern und alle möglichen Leute sich irgendwie, wenn die die UEFA erpressen, dann ist das nichts, wo ich sage, oh die armen UEFA, also das ist so ein bisschen, die Gründe sind vielleicht ein bisschen blöd, weil die dann noch mehr Geld haben wollen, dann wollen die noch mehr, blablabla, wie der Marvin es sagt, die vergessen halt einfach, dass wenn die das machen würden, dass ein paar von denen einfach auch austauschbare Vereine werden. Was ist denn, wenn Bayern ständig Achter in dieser Liga wird? Also da ist ja der FC Bayern nicht mehr der FC Bayern. Dann ist der FC Bayern plötzlich Mainz 05 in dem Vergleich. Ja, ist so. Und ich glaube, dass Uli Hoeneß vorneweg wirklich vergisst, dass irgendein Scheich aus Katar nicht, den interessieren die populistischen Aussagen von Uli Hoeneß nicht. Das ist, in Deutschland nimmt das Gott sei Dank schon ab, aber ich glaube den, der den anbrüllt und irgendeine Scheiße erzählt, dann sagt er hier, weißt du was, dann steigt er in seinen Privatjet, fährt nach Hause, lässt irgendwelche anderen Funktionäre schmieren und dann kann der Uli Hoeneß herumpoltern, wie er will. Ich glaube gar nicht, dass der Uli Hoeneß bereit ist, mit diesen ganz großen Hunden zu pissen, das ist gar nicht in der Lage. Der FC Bayern ist ein echter Deluxe-Taubenzüchterverein. Leute, wenn ich sehe, wie die sich, und das muss ich jetzt hier nur kurz einwerfen, wenn ich sehe, was die für eine Aktion aus dieser Sancho-Nummer gemacht haben, die berufe eine Pressekonferenz ein, die fordern Unterlassungserklärungen, weil einer geschrieben hat, Bayern war ein Sancho interessiert. Ja. Ja, Leute, also ganz ehrlich, Leute, räumt erstmal den Laden auf, bevor ihr einen größeren Laden betreten wollt. Also das nur dazu, nichtsdestotrotz ist das wirklich, das sind Dimensionen, die stoßen mich ab, die stoßen mich auch aktuell schon ab, wie wir uns gesagt haben, diese Champions League ist ja auch aufgebläht dann immer, du siehst dann immer die gleichen, du hast Neymar für 222 Millionen, das ist ja nichts, was mich ausrasten lässt. Vielleicht reicht es trotzdem, weil die Kinder es, glaube ich, trotzdem ausrasten lässt und wenn ich jetzt vielleicht zehn Jahre alt wäre, würde ich es auch anders sehen. Und dann wäre ich, würde ich da ja damit sozialisiert werden, dann wäre das für mich normal. Vielleicht sitzen die jetzt zehnjährigen in 20 Jahren auch da und denken, ach du, früher war alles besser hier, der Neymar hier, der Neymar, das war noch ein Fußballer gewesen. So, also es kann ja auch sein. Wer weiß, was bis dahin ist, vielleicht spielen bis dahin irgendwelche 3D gedruckten Spieler, was weiß ich. Aber das ist einfach, mich stößt es ab und wenn du das in dieser detaillierten Form liest bei Football Leagues nochmal und das erste Buch war ja auch schon in die Richtung, das ist schon echt heftig. Also das ist heftig und das ist auch, das zeigt auch, das zeigt wirklich aber auch die Intentionen dieser Verantwortlichen, was die vorhaben. Also das Ding ist, das ist jetzt halt rausgekommen. So reagieren die, das hatten wir schon so oft besprochen. Die wissen einfach, dass denen wahrscheinlich nichts passiert. Die sitzen bestimmt daheim und sagen, oh Juli, das ist rausgekommen, was machen wir jetzt? Dann sagt der, ja, warte, noch drei Wochen ab, dann postet die Lisa Müller irgendwas und dann ist es Nächste. Und so ist es. Das ist so. Oder die Frau von Franck überlegt. Die Frau aus FC Bayern äußert sich ganz kurz, lügt, 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 weil das ist ja wie der DFB das mit der Eintrag gemacht hat. Da gibt es schwarz auf weiß Dokumente, die sagen, nee, das stimmt nicht. Zack, Lisa Müller postet irgendwas bei Instagram, fertig. Dann ist die Nummer gegessen. Und so ist es. Es ist diese unfassbare Arbeit von diesem, von diesem Recherchenetzwerk. Ey, Respekt. Das Traurige ist nur, dass da wirklich nichts passiert, weil, ja, ich glaube, die Leute schon zu abgestumpft sind, das einfach. Und das ist irgendwie traurig, weil es gibt ja auch Stimmen, die sagen, oh, das ist ja jetzt keine diese Spiegelenthüllung, das ist ja ein zahnloser Tiger oder bla bla, das ist überverkauft. Ja, ganz ehrlich, Leute, wenn ihr, dann, wenn ihr fragt euch selber, wenn das das für euch normal ist, dann habt ihr, glaube ich, wirklich schon aufgegeben. Also wirklich Leute, die diese Spiegelrecherche und diese Arbeit dahinter wirklich schlecht machen und sagen, oh, das ist überverkauft und die wollen jetzt hier damit angeben. Ich weiß nicht, also wenn Leute das lesen und für die ist das normal ein Ding, aber das wusste ich eh schon, habe ich mir schon gedacht, also ja, dann, dann sollte man, ja, dann ist es vielleicht so, vielleicht ist es auch wirklich, vielleicht ist es sogar in mir drin, bei mir auch so, aber dann, dann ist das komplett falsch. Also wenn für uns normal ist, was Infantino da macht und was die alle Leute da mit der Financial Fair Play und so, das hat man ja schon geahnt, aber wie das dann abläuft, das ist schon geil, das mal schwarz auf weiß zu sehen und wirklich auch diese ganzen E-Mail-Korrespondenzen und so, das ist echt krank einfach, da fällt mir nichts anderes ein. Und da, da will ich eigentlich ganz kurz darauf anschließen, denn natürlich, ich glaube, die European Super League ist jetzt nicht so das Hauptdrama-Thema, ich finde auch diese ganze Situation um den FC Bayern, ja, ich finde den Punkt, den der Basti gebracht hat, dass die auch nicht bei den ganz großen Hunden irgendwie mitspielen, ist halt ganz, ganz wichtiger, das müssen die auch irgendwann checken, das werden die, glaube ich, vielleicht irgendwann checken. Ich stelle mir da irgendwie, irgendwie eine ganz diffuse Szene bei den Simpsons vor, was er, das Bild, was der Basti irgendwie gerade gezeichnet hat, da regt sich irgendjemand auf und der Scheich ist in seinem Heli und guckt dann runter, ja, und winkelt oder winkt und denkt, ja, lass ihn mal foltern und so weiter und so fort, genau so wird es ja auch laufen. Aber genau diese Situation ist genau das, was mich irgendwie ein bisschen bedenklich stimmt, denn ich empfinde die ganze, diesen ganzen, ja, Seitenbau dieser Großvereine als extrem problematisch, man kann ja mit dem FC Bayern auch heute natürlich extrem viel reden und naja, dass die alle wild geworden sind oder so, das wissen auch viele Bayern-Fans mittlerweile, die mir da auch ein Stück weit leid tun, aber der FC Bayern ist ja nichts zu diesem Konglomerat an Grausamkeiten, was ja bei Man City dann teilweise da rumläuft oder halt auch bei PSG, ich finde sowas extrem problematisch, weil es für mich auch eine politische Dimension hat und das ist ja noch viel, also da steckt ja noch mehr dahinter, wenn Vereine wie Manchester City oder auch PSG dafür genutzt werden, für ein Land irgendwie Werbung zu machen, aber auch, ehrlich gesagt, ja für Katar oder so, ja, jetzt, weißt du, das ist doch die Scheiße. Ja, natürlich ist das andere auch kacke, aber für mich ist das viel problematischer, dass Länder dadurch reingewaschen werden, weil es irgendwelche Finanzinvestoren gibt, die dann mit Fußballvereinen zwar viel Geld, da viel Geld raushauen, schöne Spiele veranstalten, aber dann irgendwas weiß, was nicht weiß ist, die ganze Scheiße mit Katar, dieser Weltmeisterschafts-Rotz, das ist alles ein Haufen Kacke, da sterben Leute und der Brumme, der Uli nicht, oder der hier, der Franz, Franz, Franz von ja, alles Australien, ja, brauchen wir nicht erzählen, ja, nur weil der anscheinend, weil sie dem anscheinend die Augen mit Geldscheinen zugetackert haben, ja, dann heißt es immer noch nicht, dass es es nicht gegeben hat, sondern de facto bewiesen und dann bringt es mir auch nichts, wenn ich eine Hochglanz- Reportage über Katar, PSG bei Katar oder so weiter sehe, das ist alles scheiße und wir, keine Ahnung, wenn wir irgendwie das Interesse haben, am Fußball noch ein Stück weit moralischen Wert zu sehen, müssen wir uns wirklich auch mal hinterfragen, ob das, was da aktuell auch passiert, Man City, PSG und so weiter und so fort, auch, keine Ahnung, was passiert da mit Monaco, ist auch merkwürdige Kiste und so weiter und so fort, ist das wirklich das, wie wir diesen Fußball in insofern pervertiert sehen wollen, weiß ich nicht, also da wäre ich fast froh, wenn es nur ein FC Bayern geben würde und das ist schon weit gesagt, ja, aber das, also keine Ahnung, das nervt mich, weil, guck dir doch an, auch diese Systeme, wie es mit den Juniorenspielern passiert, ja, dass 15-Jährige irgendwie abgeworben werden und so weiter und so fort, das ist doch das, wo wir ansetzen müssen, ja, dass natürlich der eine Scheißverein namens UEFA mit dem anderen Scheißverein kämpft, dass es irgendwie einigermaßen ausgewogen ist, wer mehr Geld bekommt und am Ende guckt dann die kleinen Vereinvertretungen richtig in die Röhre, ja, das ist auch kacke, aber bei diesen anderen Situationen, da müssen wir viel mehr dahinter her sein und allein deswegen kann es nicht sein, dass man sagt, ja gut, du wirst alles gewusst, wenn du das alles gewusst hast, dann ist es schön, warum hast du nichts Buch da drüber geschrieben? Genau, tatsächlich, klingt mir auch immer sehr wahr. Ja, es ist wirklich, was der Marvin sagt, aber das ist halt auch, das kreiert auch ein bisschen diese Hilflosigkeit, die du hast, weil du das Gefühl hast, da passiert halt nichts, dann gibt es immer so eine Pseudostrafe und das ist ja genau das, was auch in diesem Buch, das ist ja quasi, die Spirale zeigt es ja, wir hatten ja diese Fälle von Financial Fairplay, Verletzungen und dann wundert man sich, warum der Verein und dem passiert und dem passiert nichts, du siehst es ja jetzt, du siehst, es ist ja quasi aufgedeckt worden, dass, wenn was aufgedeckt wurde, nichts passiert und das wird ja jetzt wieder passieren. Also es ist aufgedeckt worden und dann gibt es irgendwie eine Pseudostrafe von ein paar Millionen Euro, die dann irgendwie über irgendeinen anderen Kanäle wieder zurückfließt wahrscheinlich. Damit rechnest du ja jetzt auch, also es ist ja diese Desillusionierung, die du quasi hast, weil du nicht denkst, du liest es ja nicht und denkst, haha, das ist jetzt rauskommen, geil, jetzt passiert endlich was. Du weißt ja jetzt schon, dass da nichts passiert großartig. Das wird jetzt jemand kurz aufschreien, dann wird es hier ein paar Pseudo Investigations geben und das war's. Diese Nummer wird einfach so weiterlaufen, weil am Ende, glaube ich, trotzdem das Geld zählt und du die Leute da hast, die dafür empfänglich sind und da muss ich auch mal kurz einhaken, das verurteile ich auch gar nicht zu 1000 Prozent, weil ich glaube, jedes Individuum, ich weiß auch gar nicht, wenn ich FIFA-Präsident wäre, ob ich komplett meinen Idealismus ausleben würde. Ich würde es vielleicht geschickter machen als die, aber ich weiß auch gar nicht, wenn dann irgendeiner zu mir kommt und sagt, hier Digga, ich gebe dir jetzt 100 Millionen Euro und ich habe vielleicht wirklich nicht viel Geld oder hatte nicht viel Geld die ganze Zeit und er gibt mir 100 Millionen Euro, dass ich vielleicht mal sage, ja okay, dann soll Paris halt in der Champions League spielen, weil man muss ja auch sagen, da sterben ja auch keine Leute dann, bei sowas zum Beispiel. Also wenn Man City irgendjemandem schmiert, dass Financial Fair Play irgendwie nicht durchgeführt wird, dann ist das zwar für den Wettbewerb schlecht, aber und das ist auch, das trägt auch zu meiner Desillusionierung bei, weil ich es sogar bis zu einem gewissen Grad verstehen kann. Ich kann von, ich weiß gar nicht, ob ich Infantino von ihm verlangen kann, dass er jetzt plötzlich hier der Held vom App erfällt wird und sagt, das mache ich alles besser und bla bla bla. Nee, das ist jetzt vielleicht nicht, aber ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der kommt in der Diskussion eben zwischen Raphael Buschmann und dem Max da auch durchaus raus. Das Problem ist natürlich auch, dass du ein System ohne jegliche Kontrollinstanzen hast, die natürlich ein solches Verhalten auch noch begünstigen. Also wenn dir halt auch von oben keiner auf die Finger guckt und du das weißt, dass da nichts passiert, dann ist es natürlich auch ein viel einfacheres, sich zu irgendwas hinreißen zu lassen, wenn du halt immer wieder sagen kannst von wegen, ja, wir sind aber hier Sportgerichtsbarkeit und so weiter und du halt keinerlei Instanzen hast, die da halt irgendwie mal einschreiten. Ja, eben. Und das ist ja das, das ist ja genau das. Ich habe die Hoffnung nicht, dass irgendeiner wirklich dann mal sagt, nee, das Geld nehme ich nicht, weil er dann weiß, dann nimmt es halt ein anderer. Das ist, glaube ich, auch das Problem. Ich glaube, selbst wenn du, wenn einzelne Landesverbände, egal wo auf der Welt, wenn in Afrika oder irgendwo, wenn, wenn jetzt, keine Ahnung, das Thema, was war das hier, die, die schicken ja, die bauen ja dann Fußballfelder und geben dann Preis an und der Rest landet irgendwo in anderen Kanälen. Wenn jetzt ein Land sagt, nee, das nehmen wir nicht, ja, nimmt es halt das andere. Und also das ist ja ein System, wo du wirklich, wenn du als einzelner Idealist bist, dann gewinnst du ja nicht, sondern fällt es halt irgendwo runter. Ja, genau. Du musst das ganze System halt irgendwie da in die Richtung bringen. Alle, alle auf der ganzen Welt zusammenzubringen. Das leistet nicht mal das normale Leben. Das merken wir ja leider in der Politik. Das wird der Fußball auch nicht leisten. Du wirst niemals es schaffen. Das schaffst du ja auch nicht mal innerhalb des Mikrokosmos Bundesliga zu sagen, okay, wenn ein Berater von einem 15-Jährigen fordert, dass die Mutter einen Job kriegt, wenn alle Bundesliga-Vereine das ablehnen würden, dann wäre diese Praxis weg. Macht ja aber nicht jeder und dann müssen die anderen es auch machen. So, das ist im Kleinen und das passiert ja auf der Welt im Großen. Das ist so komplex. Ich glaube, das kannst du gar nicht irgendwie verhindern. Du kannst es vielleicht nur besser bekämpfen und das muss auf jeden Fall passieren, weil wie der René das eingangs gesagt hat, diese Dreistigkeit lässt einen ja schon kotzen, weil das ja wirklich auch ein Spiel ist, was denen auch nicht gehört und die tragen das nicht. Und im Ende sind wir sogar fast die Dummen, die das mitfinanzieren. Aber, und da kommen wir auch dazu, wenn wir drei jetzt sagen, dann gehen wir halt nicht mehr zum Fußball, dann passiert auch nichts, außer, dass ein wichtiger emotionaler Teil, den wir eingangs der Sendung beschrieben haben, uns dann fehlt. Also, du bist ja selber dann in der Zwickmüde zu sagen, inwieweit bin ich jetzt Idealist und brauche mich selber einen emotionalen Teil meines Lebens. Ja, und du hast ja keine, du hast ja weniger Wirkmächtigkeit. Das ist halt auch das Ding. Also, es ist ja so, wenn du sagst, na hör mal, geht halt nicht mehr hin. Dann gehst du nicht mehr hin, hast du aber gleichzeitig die Möglichkeit, innerhalb dieses Zirkels darauf hinzuweisen, dass Dinge vielleicht nicht in Ordnung sind. Ja, also es ist halt, es ist, es ist schwierig, ja. Und, ähm, ich halte es nur für extrem problematisch, das ganz große Ganze, was du vorhin angedeutet hast, dass diese Thematik halt auch in zwei Wochen wahrscheinlich wieder versandet sein wird. Weil es halt, äh, momentan in dieser schnelldrehenden Welt so viele wirkliche andere Schocker gibt und auch viele Ablängungsmanöver. Also, das muss man halt auch sagen. Natürlich, diese hochgeputschte Scheißaktion mit dieser Lisa Müller, das kann ja, kann, kann ich gut oder kann ich Kacke finden. Aber dass das jetzt wochen, äh, tagelang dann thematisiert wird, wenn da eine Pressemitteilung rausgehauen wird, dass sich dann wirklich alle da drauf stürzen, ja, das ist auch ein richtiges Problem unserer Gesellschaft, dass so was auch skandalisiert wird, ja. Wenn sie eine Meinung hat, hat sie eine Meinung, dann ist es whatever, dann ist doch okay, scheißegal. Aber dann muss ich doch eigentlich eine Pressemitteilung raushauen, muss ich doch mal über den Dingen stehen, weißt du. Muss ich auch einfach, komm, also, also ganz ehrlich, der wünscht mir auch mal, dass irgendwie Kovac sagt, also Leute, habt ihr das noch, lasst die Frau doch reden, wenn sie meint, das ist, das ist ihre Ansicht, dann ist es halt so, dann müssen wir das intern vielleicht darüber sprechen, aber dann gibt's auch, brauchen wir jetzt hier keine fucking Pressemitteilung, ja. Aber, aber es wird, sowas wird natürlich auch genutzt, wie der Basti das gesagt hat, um halt den Fokus halt dann wieder auf was anderes zu lenken und die, und das muss man halt auch sagen, komplexe Sachverhalte interessieren einen großen Teil dieser Bevölkerung nicht. Und das ist halt einfach so und das frustriert, denn, ähm, es funktioniert viel besser, sich über Lisa Müller zu empören, die irgendwas bei Instagram geschrieben hat, weil das jeder versteht. Aber halt, und deswegen wird ja auch versucht, das, ja, softeste Thema mit der European Super League und FC Bayern runterzubrechen, was ja nicht das krasseste Thema ist, so, ne. Das ist halt ein Ding, darüber kann man diskutieren, das hat man ja in der Tat auch eh schon mal gehört, ja. Aber das verstehen die Leute, das verstehen viele Leute noch. Aber halt, das da drunter zu sehen, wie schwierig diese Verwicklungen sind, was machen diese Vereine, ähm, unter verschlossenen Türen und so weiter, das ist, ne, da ist eine logische Abstraktion, die bei vielen vielleicht nicht so, ähm, leicht stattfindet, weil es nicht so leicht zugänglich ist und deswegen ist es nicht so skandalisierungswürdig und deswegen kommt es halt schlechter an und versandet leichter wieder. Da müssen wir sich mehr Mühe geben. Und das ist übrigens, das will ich jetzt auch noch abschließen, deswegen ist es zum Beispiel gut gewesen, dass es diese Doku, die sehr auf Emotionen war, gab, ja. Natürlich, das ist ja keine total nüchterne, keine total kühle Doku gewesen, die es in der ARD gab mit den, ähm, mit den Football-Leaks. Das war eine sehr farblich ausgestaltete, versucht bunte zu erzählen mit bekannten Schauspielern, die dann irgendwie noch ihren Senf dazu geben, ich hab den Namen vergessen von dem einen Schalke-Fan, ja, wirklich, Lohmeier hieß der, ne, genau, Lohmeier. Das kann man gut finden, kann man scheiße finden, aber was ist der Ansatz? Der Ansatz ist, dass irgendwie Leute das mitbekommen und vielleicht ein Gefühl dafür entwickeln, die es sonst nicht mitbekommen hätten, ja. Deswegen ist da auch diese dubiose John da zu sehen und so weiter und so fort. Darauf hättest du ja verzichtet, wenn du gesagt hast, du willst nur eine streng journalistische Dokumentation machen, da wäre das nicht nötig gewesen, aber es wurde verdeutlicht, hier zu zeigen, wir wollen vielleicht auch noch andere Leute ansprechen, wir wollen das ein bisschen mehr emotionalisieren und den Ansatz finde ich eigentlich sogar eher lobenswert, ja. Der ist sehr lobenswert, ja. Ja, genau, weil für die Leute, die harte Fakten hören, die gehen dann in den Hasenfunk, beziehungsweise hören sich das an, die bekommen dann mehr davon, bekommen aber auch noch ein persönliches Sentiment mit, aber für die breite Masse, für die die ARD und auch die ZDF ja dann auch verantwortlich irgendwo sind, weil sie die Senderblitze anbieten, dann ist es halt so vielleicht gar nicht der schlechte Weg und dann hofft man, dass dadurch ein bisschen mehr Bass da ist über mehr als zwei Wochen. Beziehungsweise die Leute halt überhaupt mal verstehen, dass es eben mehr ist als nur diese reine Diskussion über irgendwelche Sonderliegen und ralala und anfangen sich halt auch mal mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Ja, es ist schwierig und ich hoffe auch, dass uns das alles nochmal ein bisschen weiter beschäftigt und dass das auch jetzt nicht die letzte Diskussion hier in diesem Rahmen war. Ich glaube, wir werden auch nächste Woche bei Fußball 2000 da nochmal, weil da ist ja Länderspielpause, wenn wir auch nochmal drauf eingehen, wenn wir vielleicht nochmal ein paar neue Sichtweisen beleuchten, weil ich einfach schon als notwendig empfinde, dieses Thema nicht einfach abzuhaken. Ja, man muss es ja wirklich, man muss es am Laufen halten. Menschen wirklich auch in ihrer eigenen Faulheit dazu neigen, dann sich aufs Nächste zu stürzen, weil der Marvin es gesagt hat, dass, ich glaube, unsere Filterblase spiegelt halt leider auch wirklich nicht diese Breite wieder, die es eigentlich in der Gesellschaft hat, im Sinne von, dass manche Leute lesen halt vielleicht auch, die sich für Sport gar nicht interessieren, nur die Überschriften zum Beispiel. Dann sehen die was, ja, okay, alles klar und diese Leute musst du halt wirklich dann auch mit ins Boot holen, weil ich glaube trotzdem, dass die einzige, der einzige Hebel, den wir haben, wo wir dann vielleicht diese Minim-Wirk-Macht innerhalb des Ganzen haben, ist öffentlicher Druck. Das ist tatsächlich so, dass du wirklich zu sagst, okay, das funktioniert so nicht, Leute, weil dieses ganze Ding trotzdem von Öffentlichkeit bezahlt wird. Also es ist trotzdem so, dieser Scheich hat ja sonst kein anderes Interesse, Geld irgendwo hinzugeben, wenn es diese Aufmerksamkeit nicht geben würde. Der geht ja nicht, keine Ahnung, zum Eishockey oder irgendwas. Naja, der gibt das Geld ja nicht für Aufmerksamkeit für den. Es ist ein Investmentmarkt. Fußball ist... Der will die Aufmerksamkeit haben, wenn irgendein Investor das hat, wie der Marvin es gesagt hat, wenn es wirklich so über Staaten läuft, dass man irgendwie ein besseres Bild von Katar zeichnen will, dann ist es genau das. Ja, das ist das eine, ja. Die geben ja das Geld nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen anderen Sportart, wo es nicht so viele Leute mitkriegen, die nutzen den Fußball und die Premier League im Speziellen ja extra dafür. Und die Champions League dann im zweiten Schritt. wird, weil die natürlich damit irgendwie was bewirken wollen. Das ist ja trotzdem, das ist selbst bei jedem Einzelinvestor wie Abramowitsch trotzdem auch eine Ego-Sache. Glaubt ihr, der würde das machen, wenn er das nicht machen würde, um so ein bisschen selber auch der Boy zu sein, dann würde der sich ja im Hintergrund halten. Also das machen wir trotzdem nicht. Ja, das ist das eine. Währung, Aufmerksamkeit ist, glaube ich, mittlerweile sogar fast mehr wert als Geld in der heutigen Gesellschaft. Also das ist doch bei allen, du siehst es, Insta-Story hier, Story da, bam, bum, bam. Ja, also das ist natürlich das eine. Du kannst natürlich ein ganz anderes Bild über ein Massenmedium transportieren, wo, was halt auch, wie du schon sagst, da werden Überschriften wahrgenommen oder vielleicht auch nur die dreimal zehn Sekunden Instagram-Story und dann heißt natürlich auch in der Diskussion, warum? Ich habe den da letztens gesehen, das ist doch ein dufter Typ, da ist doch alles schön. Das ist natürlich ein ganz anderes Bild, was du damit zeichnest, aber und das schreibt auch gerade Timona nochmal im Chat, es ist natürlich auch eine Finanzmöglichkeit. Du kannst da natürlich auch über konstruierte Märkte und konstruierte Preise halt auch irgendwie Kohle einfahren, wie du sie sonst nur kriegst, wenn du über eher dubiosere Wege anfängst, dein Geld irgendwie zu investieren. Das glaube ich nicht immer, ehrlich gesagt. Ich glaube gar nicht, dass, ich glaube, wenn du einen Finanzcrack fragst, ist glaube ich Fußball der letzte Mark, in den du investieren solltest, weil da viel zu viele Unwirkbarkeiten drin sind. Es sei denn, du kontrollierst halt das System oder hast halt die Möglichkeiten, das System zu kontrollieren. Das ist ja wieder, wir müssen ja jetzt, glaube ich, mal ein bisschen differenzieren, sonst verheddern wir uns hier. Natürlich hast du aus Verbandssicht FIFA, UEFA, die haben natürlich das Geld, die haben natürlich die Möglichkeit, Geld zu kreieren selber mit irgendwelchen Sachen. Wenn die sich die Nations League ausdenken, dann ist das ja Geld, was quasi neu erzeugt wird mit Weltmeisterschaften und mehr Preisen für TV, bla bla. Aber ich glaube, aus Sicht der Investoren von Vereinen, das ist glaube ich trotzdem nicht die Top-Notch-Investition, die du haben kannst, zu sagen, boah, ich komme ins Fußballverein, da springt mal richtig was, warum, weiß ich gar nicht. Ich glaube, da würde ich lieber in Immobilien investieren. Da bin ich jetzt zu wenig Finanzexperte, aber ich glaube schon, dass wenn du das richtig machst und die richtigen Eingriffe in das System hast, du schon die Möglichkeit hast, da einiges an Geld rauszuholen. Also glaube ich wirklich nicht. Ich glaube wirklich nicht. Ich glaube, das muss viel zu viel investieren, damit sich das irgendwann für dich lohnt. Das merkst du ja an Paris. Also Paris hat ja gar nicht, die haben die Champions League noch nicht gewonnen, die sind noch nicht der beliebteste Fall in der Welt. Also Manchester United zum Beispiel ist ja immer noch eine größere Marke als Paris zum Beispiel. Also dass ich glaube, den Aufwand, den du da betreiben musst und diese weichen Faktoren, die du hast, die kannst du glaube ich nicht mal in so eine 50-seitige Excel-Tabelle mit Algorithmen für irgendwelche lohnenden Investitionen packen, weil du ja auch, keine Ahnung, du bist ja auch von Glück und Pech abhängig. Und was in diesen Ligen auch noch so ist, es kann auch immer nur einer das Ding gewinnen. Das heißt, wenn du in einen Verein investierst und fünf machen das, dann ist das ja eine Lotterie. Einer von den fünf wird nur meister, egal wie viel Geld du investierst, am Ende wird sogar Leicester City meistern, dann gucken alle in die Röhre. Also ich glaube ehrlich gesagt, das ist eher das, was der Marvin gesagt hat, dass das wirklich auch teilweise benutzt wird, A, als persönliches Spielzeug und da bin ich der Erste, der es versteht, Leute. Sobald ich meine erste Milliarde auf dem Konto habe, dann werde ich auch der Eintracht das ganze Geld geben, nur damit ich Spaß daran habe, dass der Eintracht meistert wird. Das kann ich sogar verstehen, aber ich glaube eher bei vielen, gerade diese Investitionen aus Katar, die sind wirklich politisch und da wird es echt brenzlig, weil du da ins Fernrein kommst, die sind ja gar nicht mehr zu kontrollieren. Da reden wir hier nicht darüber, ob der FC Bayern mit Leo Kirch, ein Deal macht mit 40 Millionen an der Liga vorbei, bla bla bla, sondern da kommen wir in Dimensionen, da haben dann glaube ich auch nicht mal die Leute, die sowieso korrupt sind, aber selbst wenn sie es nicht wären, da haben die nicht mal mehr einen Einfluss drauf. Also selbst wenn wir den idealistischen FIFA-Präsidenten der Welt hätten. Hast du das Vorkommen vergessen, ja. Das ist ja genau der Punkt. Da will ich jetzt auch nochmal drauf, ganz kurz zu sprechen kommen, denn ich glaube nicht, dass Fußball eine mega geile Investitionsmöglichkeit ist. Die ist nur eine geile Investitionsmöglichkeit, wenn du viel zu viel Geld hast und willst Geld durch Macht ersetzen. Weil ich glaube, Macht kannst du dir beim Fußball erkaufen, ja, das ist kein Return-Geschäft. Und da muss man auch sagen, auch ein Hopp, der investiert das Geld, weil er das halt gut findet, ja, aber halt nett, aber auch nicht, der wird damit ja, also der wird jetzt mit Hoffenheim ja auch nicht mega reich. Und bis sich bei Red Bull da irgendwann mal wirklich was rentiert, dauert das auch eine Weile. Die haben ein Interesse an, bei Hopp mag das vielleicht sogar sein, dass er einfach ganz gerne einen Fußballverein irgendwie erschaffen wollte und so weiter und so fort. Und bei Red Bull ist es definitiv ein Machtinteresse, wobei das auch bei Hopp der Fall ist. Das merkt man natürlich in den Nebennuancen, wenn ich dann mitbekomme, wie dann Fans und so weiter und so fort belangt werden. Also da spielt schon, also Geld durch, macht durch Geld schon auch eine Rolle. Aber das ist halt so das Ding, ne? Da gibt es ja keine Refinanzierung, wo du sagst, so jetzt investiere ich fünf Jahre und ab dem sechsten Jahr habe ich meine ganzen Investitionen wieder raus. Das funktioniert relativ selten. Gerade, aber beim, und bei diesen Hoch, ja, wie soll ich sagen, bei der Hochfinanz des Fußballs wird das natürlich noch schlechter funktionieren, weil allein so eine, ja, was weiß ich, so eine Ablöse ist um 60, 70 Millionen, das ist ja, wie willst du, schwierig, das wieder reinzuholen. Ne, da geht es um Macht, weil die Leute eh viel zu viel Geld haben und um politisches Interesse. Das sehen wir übrigens ja auch beim Wrestling. Ohne jetzt einen zu langen Swerf dahin zu machen. Aber halt auch die Verwicklung der WWE nach Saudi-Arabien. Jetzt merkst du halt, jetzt hat die WWE mal gemerkt, in welch schwierige Verhältnisse sie kommt, weil sie jetzt in ein Land reisen muss, wo ein Journalist einfach mal, mir nichts, dir nichts, mal schnell, nicht dort, aber halt von, äh, vom Saudi-Arabischen, ähm, ja, wie soll ich sagen, Führungsgruppen, dann einfach mal ermordet wurde, weil er halt unangenehm war. So, das sind Dinge, die können halt, die kannst du als westliches Unternehmen halt nicht so einfach verkaufen, deswegen kamen die dann in Schwierigkeiten. Aber, ja, du hast halt das viele Geld akzeptiert und hast dir zugesichert, dass du das machst. Jetzt musst du halt irgendwie auch dazu stehen oder musst dich irgendwie verhalten. Und genau das ist es halt, weil auf der einen Seite zeigt die, äh, zeigt die, äh, die Saudi-Arabische Führung, ja, wir machen hier Wrestling, jetzt sind so viele Leute da, guck mal, wir, äh, wir zeigen euch, was hier die westlichen Leute so machen und so weiter und so fort, ihr bekommt Unterhaltung, seid ihr nicht zufrieden und hier westliche Welt, wir kooperieren mit einem westlichen Unternehmen, das kann doch, da können wir doch gar nicht so schlimm sein, das ist das, das ist so, das ist halt, das ist halt diese Denke, das ist die Verkaufe nach außen und dann wird es halt einfach extrem schwierig. Und genau in diesem Metier bewegt sich dann auch der Fußball. Und darüber müssen wir nachdenken, wie weit wir, äh, Fußball und Moral noch trennen können. Ich gebe dir bei den Punkten recht, ich glaube aber trotzdem, dass es auch durchaus, ähm, den einen oder anderen gibt, der da, ähm, durchaus schon versucht, aus finanziellen Gründen da reinzugehen. So in Summe hast du wahrscheinlich irgendwie eine Mischung aus allem. Du hast die, die einfach mit viel Geld da reingehen, weil sie wissen, sie können sich damit irgendwie Macht und Geltung irgendwie kaufen. Dann hast du ja die, die eben über die Finanzierung versuchen, äh, Dinge reinzuwaschen, die gar nicht so rein sind. Und dann hast du die, die auf Kosten anderer versuchen, unwahrscheinlich schnell, unwahrscheinlich viel Geld zu machen. Also es wirkt für mich so ein bisschen wie der geschlossene Teil von so einer Justizvollzugsanstalt so ein bisschen. Mhm. Ja. Ja. Es ist alles, es ist auch ein Konstrukt, das können wir ja auch gar nicht greifen, wenn du überlegst, was nötig ist, um das alles aufzudecken. Und das ist ja wahrscheinlich auch sogar nur die Spitze des Eisbergs. Also es ist ja wirklich so zu denken, okay, wer weiß, was da noch alles kommt und wer weiß, was da nicht rausgefunden wurde. Und für uns drei ist das, glaube ich, echt ganz, ganz, ganz schwer, dieses komplexe Wesen irgendwie überhaupt zu greifen. Du kannst ja immer nur Teilaspekte rausgreifen, aber ich glaube, so die Schlusskonsequenz, die man daraus ziehen kann, ist tatsächlich, das ist echt, das ist krank. Also das ist krank und ich glaube wirklich, dass wir uns das auch gar nicht vorstellen können, dass da was da für Dinge ablaufen, wenn das auch in Mafia-Strukturen mit reingeht. Das ist ja im ersten Football League Teil auch deutlich geworden. Wenn plötzlich aus, keine Ahnung, Kasachstan irgendwelche Mafiosis da zu einem Verein gehen und denen mal, ja, was willst du als Manager machen? Stell dir mal vor, ich stehe bei dir vor der Tür und sage, hier, den Spieler verkaufen wir bald. Ja, ja, alles klar, Männer hier. Also das sind ja so viele, es gibt so viele Fußballspiele und so viele Vereine und so viele Leute und so viele Strukturen auf der ganzen Welt. Das kann ja auch gar kein Einzelner greifen. Also das ist ja wirklich, da kann man wirklich nur hoffen, dass die Leute, die es am Ende trotzdem in der Hand haben, das sind trotzdem die Fans und das verstehen, glaube ich, viele Fans selber gar nicht, dass eigentlich wirklich so ist, dass dieses Ganze, dieser ganze Zirkus trotzdem nur mit Fans funktioniert, die entweder am Fernsehen einschalten, diese Trikots kaufen, die in uns Stadion gehen, Stimmung machen, Bilder produzieren. Da müsste es, glaube ich, das ist der einzige Ansatz, den ich habe, die einzige kleine Hoffnung, wenn sich da mehr Leute versammeln würden, dass man da wirklich echt eine Wirkung erzielen kann. Wir können es, glaube ich, für uns nur klein machen, wenn wir mit Entscheidungen der DFB nicht einverstanden sind, zum Beispiel, könnte es trotzdem mal wirklich einen Spieltag geben, wo keiner ins Stadion geht. Das sind trotzdem Sachen, die werden die merken. Die müssen die auch vor ihren Sponsoren verkaufen. Dann sagt der ja da eine Werbebande, aber der schaltet keiner ein. So, das ist, glaube ich, die einzige Wirkmacht, die man hat, die ist zwar ziemlich klein und müsste krass organisiert werden, aber das ist zumindest eine Hoffnung, die ich habe. Ja, das ist genau das, das ist genau das und gleichzeitig halt auch immer wieder die Themen hochhalten, bei denen wir denken, dass es halt eine Verbesserung herbeigeführt werden muss. Sei es, wie wir ausgegründelt als Hashtag irgendwie haben. Ja, der muss weiterleben. Der muss weiterleben. Genauso müssen auch die Football-League-Sachen immer wieder diskutiert werden, müssen in dieser Öffentlichkeit verbleiben. Guck dir doch an, was mit dem Panama Papers so zum Teil passiert ist, weil es so schwierige Sachverhalte sind, bei denen es extrem diffizil ist, das den Leuten näher zu bringen. Du müsstest eigentlich eine Dokumentation wirklich heruntergebrochen auf einzelne Teile machen, weil ganz ehrlich, bei den Panama Leaks, da tue ich mir auch immens schwer. Da bin ich auch gerade erst dabei, das alles so zu durchsteigen, weil das natürlich auch Dinge sind, Finanzkonstrukte, mit denen ich natürlich jetzt erstmal überhaupt nichts zu tun habe. Und das ist halt die Schwierigkeit, aber es ist gleichzeitig halt auch wichtig, dass wir wirklich relevanten Themen hochhalten und auf der anderen Seite vielleicht nicht über jedes Stöckchen springen, was uns irgendwo eine Hakenpartei irgendwo gesetzt hat, die mittlerweile auch thementechnisch komplett inhaltlos ist, die nichts mehr auf dem Küche haben, weil all die Feindbilder, die sie haben, wo wir kommen, das verschwimmen soll. Es gibt ja nichts mehr, bei diesem Merkel wäre sogar weg. Und dann aber gleichzeitig ist es wichtig, dass wir halt auch nicht darüber diskutieren, was irgendjemand bei Instagram macht, wenn er sich irgendwie missgünstig äußert oder sonst irgendwas. Das muss man dann auch einfach mal akzeptieren. Und ich muss ja auch nicht Bibis Beauty Palace total geil finden. Ja, das können die Kreise diskutieren, die sie diskutieren wollen. Ist aber jetzt nicht, muss jetzt nicht so, ist jetzt nicht gesellschaftlich großartig relevant. Gleichzeitig kann aber für eine Fußballgesellschaft die Football-Leaks extrem relevant sein. Ja, ich glaube, dem ist nichts weiter hinzuzufügen. Wollen wir noch irgendwas zu der Länderspielpause sagen oder beschäftigt ihr euch da auch so ähnlich wie ich gerade überhaupt nicht mit? Also was mir aufgefallen ist, das Stadion, also das war eine super Idee vom DFB, so ein bisschen wieder einen Bass zu kreieren, wieder ein bisschen die Fans und dann gehst du nach Leipzig, wo das Stadion traditionell sowieso nicht so voll ist. Was dann letztlich natürlich auch echt blöd ist, dass die so auffällige Farben in den Sitzen haben. Das produziert natürlich auch geile Bilder, wenn da siehst du ja wirklich genau, dass da keiner ist. Und dass die Karten ja nicht mal, die verschenken die ja tatsächlich, das kommt ja dann immer hinterher ist raus, wie viele Karten an irgendwelche Verbände gegangen sind, die dann an irgendwelche Vereine gehen. Was ja prinzipiell gut ist, aber selbst die interessiert es nicht. Also das heißt, da will nicht mal geschenkt jemand hin. Das ist für mich Peak-Fußball, den ich ablehne, wenn die Nationalmannschaft ein Freundschaftsspiel gegen Russland in Leipzig macht. Das geht von der Desinteresse-Vage schon so ein bisschen runter in die Ablehnung sogar. Das ist nicht, das ist wirklich gar nichts mehr, da kann ich nicht mehr einen Funken mehr mit identifizieren. Ja, ich tue mich da auch schwer. Also gerade wenn ich dann rangnig wieder höre, Leute, jetzt ringe ich mich wieder auf. Das ist doch. Wir haben ja gleich noch eine Dummschwätze da, wo vielleicht ist da was für dich dabei. Da ist mit Sicherheit etwas. Ich glaube, da ist wirklich viel für mich dabei. Da ist viel für den Basti dabei, ja. Geschichten, wie wir sehen. Ich muss mich jetzt mal wieder aufregen. Ich habe zu viel Euphorie jetzt gehabt die letzten Wochen. Ja, dann lassen wir uns doch direkt schon zu den Dummschwätzern springen. Die stehen in der Tat hier als nächstes auf der wunderschönen Liste. So, dann müssen wir natürlich ganz klassisch erstmal auflösen, wer denn bei der letzten Runde gewonnen hat. Wir hatten vier Nominierte. Und zwar war das einmal der Herr Hopp, der Angst hat, dass die Ultras die Macht übernehmen. Das war der wunderbare Text vom Herrn Oehlmeier zu den, zu diesen Fangeschichten da in, von den Berlinern im Dortmunder Gästeblock und andersrum. Andersrum war es, glaube ich, ja. Unser Freund Traxler, der mal wieder Kollektivstrafen haben will. Und wen hatten wir noch? Ach ja, genau. Ralf Rallerangnick, der sich äußerte zu Fan-Aufkommen und Kartenverkäufen. Und mit 38,2 Prozent gewonnen hat der Herr Oehlmeier für seinen wunderbar geschriebenen Text, das wir in uns noch erforderte Wasserwerfer im Stadion. Genau. Also, dann machen wir mal weiter mit den Nominierten diese Woche. Und ich fange jetzt einfach mal in der chronologischen Reihenfolge an. Und bitte entschuldigt, wenn ich da irgendjemanden vergessen habe. Es waren echt eine Menge, die da Nominierungen geschickt haben. Und zwar nominiert haben der Lilian Borusse, der EFC Eppelweuer, der Rüsseladler, der HNT2K8, der Taunus Appel, Julio Daelber. Und zwar haben sie nominiert, Drommelwirbel, Peter Beuth für seine wunderbaren Aussagen zu Fans Pyro- und Haftstrafen. Ja, das fehlt noch. Das ist das größte Problem in Deutschland. Endlich müssen Pyro-Karoten hinter Gitter. Ja, Sprengstoff hier. Verstoß gegen Sprengstoffgesetz. Und hast du nicht gesehen, weil du Wunderkerzen im Stadion mit hast, demnächst. 42 Jahre Haft. Ja, da waren wir noch die Camex, die Panama Papers und so alles angesprochen. Ja, Leute. Ich weiß nicht. Man muss, glaube ich, wieder ein bisschen eine Gewichtung in wirkliche Problematiken finden, weil der Fußballfan ist doch jetzt auch lange genug durchs Dorf getrieben worden. Das muss er jetzt mal aufgreifen. Eigentlich ist es doch immer so, dass das wechselt. Also das war immer meine Hoffnung. Also es wechselt ja immer. Am Anfang waren es die Türken, dann sind es die Flüchtlinge, jetzt sind es die Fußballfans. Da muss doch irgendwie wieder was Neues jetzt mal kommen. Kann ich mal wieder irgendeine Tierpest ausbrechen oder sowas? Was willst du? Ja, das war doch damals Maul- und Klaunseuche. Aha, die Geschichte, ja. Für mehr Maul- und Klaunseuche und für weniger Pyro-Bestrafung. Sendungstitel incoming. Maul- und Klaunseuche. Für mehr Maul- und Klaunseuche. Ist doch so. Ich verstehe es gar nicht. Jetzt muss sich jeder Hansel äußern. Und da jetzt Peter Beuth und damit wird jetzt auch Politik gemacht. Das ist doch so. Das ist diese Spirale, ist nicht aufzuhalten. Die geht so. Parteien wollen Wähler stimmen. Medien kreieren ein Problem, weil die Auflage haben wollen. Was verkauft sich gut? Brennende Fußballfände, Pyro- Chaoten, Randale, Tauchergruppen müssen nach Köln kommen, weil die Dresden-Fans kommen. Alter. Ja. So. SEK, Alter. SEK war in Köln, weil Dynamo-Dresden-Fans da sind. Naja, das SEK würde ich ja vielleicht noch verstehen, wenn man sagt, irgendwie Köln hat so viel Ballbesitz, dann schickst du das SEK rein, dann können die den Ball befreien. Aber was willst du mit einer Tauchergruppe? Uh. 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 Ne, den hast vorbereitet. Ja, den habe ich nur heute Morgen, als ich 93 gehört habe, schon überlegt. Sehr gut. Das hat man gesagt, super ausgeführt trotzdem. Ja, danke. Nein, aber Leute, diese Spirale ist doch wirklich zum Kotzen. Die Spirale ist doch so, du hast wirklich ein Thema, das geht dann durch die Medien. Der Marvin hat ja vorhin diese breite Bevölkerung angesprochen. So kann man, genau, eigentlich ist es gut. Eigentlich wird da gezeigt, wie man der breiten Bevölkerung ein Thema näher bringen muss. Das ist das Falsche. Jetzt hocken alle daheim so, hier mit meinem Kind, ich nehme ins Stadion, das ist ja so gefährlich. Da sterben, wir haben jeden Spieltag sterben da tausend Leute. Stimmt gar nicht. So, aber das Thema existiert jetzt. Jetzt hockt der fette Politiker daheim, denkt, hier, wie machen wir das? Meine Partei verliert immer mehr Stimme, weil wir eigentlich nur Scheißdreck bauen und uns um irgendwelche persönlichen Animositäten eigentlich nur noch kümmern und posten und bla bla bla. Flüchtlinge, die ist das. Was mache ich denn jetzt? Hier, ja, nehme ich doch das Thema auf, was die Leute daheim interessiert. Ja, was interessiert die? Ja, die karoten Fußballfans. Das ist doch ein super Thema. Das ist das easyste Thema, was auf der Straße liegt. Die Scheiße ist es nur, dass es auf der Straße liegt. Was soll das? Da sitzt da irgendeiner daheim. Ja, die Fußballfans. So, klar. Haben wir auch schon mal hier besprochen. So, seid doch froh, dass ihr überhaupt Karten für Rom kriegt. Ihr seid doch selber schuldige Chaoten. Was ist das denn? Und dann greifen das Thema auf und nutzen das genau populistisch für sich, weil das natürlich auch funktioniert. Die machen das ja nicht aus Spaß. Das funktioniert ja für die. Dann sitzen die dann irgendwelche da und sagen, endlich die CDU greift da mal durch. Und was dann in Berlin passiert zum Beispiel, ja, dann müsste der Polizeichef, dann gibt's hier von der Regierung, gibt's eine härtere Gangart, muss durchgeführt werden und bla bla. Dann greifen wir auch mal ein. Und dann gibt's tatsächlich jemanden beim Deutschlandfunk, der fordert, dass Wasserwerfer vor die Kurven gestellt werden. Das irgendwie, weil, keine Ahnung, und Dietmar Hopp sagt, wenn die Ultras die Macht übernehmen, dann gute Nacht. Der eine fordert eine Fanscharia, bla bla bla, zeichnet eine Fanscharia in den Himmel. Ja, also, Leute, was gerade abgeht, muss dringend, aus diesem überfüllten Ballon muss dringend bisschen Luft rausgelassen werden. Ja, ja. Kann ich, kann ich nur so unterschreiben. Abstrafen, Alter. Weißt du, das ist doch das. Jetzt müssen die Politiker sich auch beide immer wieder überbieten, um irgendwie, keine Ahnung, gehört zu werden. Der Nächste fordert dann, keine Ahnung, die Todesstrafe. Ja, ich muss auch sagen, ich find's auch merkwürdig, denn, ähm, Beuth ist natürlich ein relativer Hardliner, ganz klar, bei der CDU. Also jetzt, also jetzt kein Rechtsaußen oder so, aber ist jetzt schon ein bisschen ein Hardliner, macht aber nicht nur dumme Aussagen. Deswegen hab ich mich umso mehr geärgert, dass er also mit so einer schwachsinnigen Aussage jetzt daherkommt, weil ich mir denke, äh, was ist denn los? Es war ja doch jetzt gerade Landtagswahlkampf. Ist ja jetzt vorbei. Wird ja nun noch nicht nochmal gewählt. Warum fängst du jetzt mit so dem Thema wieder an, ohne es ausreichend reflektiert zu haben? Wem tut man denn jetzt gut? Ja, Innenministerkonferenz, okay, ich weiß, irgendwie ein paar, äh, merken, dass man irgendwie noch lebt oder so, ein paar Plattitüden raushauen. Aber das tut niemandem gut und es trägt nicht zur Versachlichung dieser Debatte bei. Man kann darüber reden, dass es halt Schwierigkeiten immer wieder gibt in Sachen Pyrotechnik. Man muss aber auch darüber reden, vielleicht eine einvernehmliche Lösung zu finden und nicht die Gräben noch größer zu machen. Und dahingehend ärgere ich mich einfach ein bisschen, weil ich es als unnötig empfinde. Und das ist echt so eine Diskussion, die können wir ruhig jetzt auch mal versanden lassen. Immerhin ist es so, dass es, glaube ich, in Nordhessen wieder die Grätze gibt. Vielleicht sollten wir darüber mal reden, ja? Keine Ahnung. Also, keine Ahnung, vielleicht weiß Peter da eine Lösung. Das ist für mich wirklich wesentlich relevanter als immer wieder diese, immer wieder diese, in Osthessen meine ich, nicht Nordhessen, aber gut, immer wieder immer wieder diese merkwürdig schwachsinnige Diskussion bezüglich Pyrotechnik an den Start zu bringen, weil, keine Ahnung, wahrscheinlich sterben mehr, also gestorben ist da jetzt auch eh noch keiner dran, aber wahrscheinlich verletzen sich mehr Menschen daran, wenn sie irgendwie im Streichelzoo sind, ja? Als wenn sie die ganze Zeit bei der Pyrotechnik sind. Keine Ahnung, ob es da irgendwie Erhebungen gibt, aber ich stelle diese krude Behauptung jetzt einfach mal auf. Hat dir schon mal im Streichelzoo so eine blöde Ziege in die Hand gebissen? Das tut ganz weh. So, so, jetzt sind wir nämlich bei Pyrotechnik. Da kommt auch die Gewalt, die von Ziegen ausgeht, die wird überhaupt nicht besprochen hier. Ja. Ich erwarte in der nächsten... Abstrafen für gewalttätige Ziegen. Ich erwarte in der nächsten 93-Folge eine Aufstellung, wie viele Menschen in den letzten Jahren durch Ziegenbisse ums Leben gekommen sind. Axel, wenn du das hörst, klarer Auftrag an dich. Das werden wir rausfinden, weil wir haben auch schon rausgefunden und das kann man auch mal wirklich in den Vergleich setzen. In Frankreich zum Beispiel oder in Deutschland kommen 20 bis 30 bis 40 Mal mehr Leute im Jahr ums Leben als im Fußballstadion bei der Jagd. Vielleicht sollte man da mal schauen, was die Jäger mit ihren Treibern machen. Ja, ist so. Also insofern, es ist... Ich finde es eine absolut berechtigte Nominierung. Ich hätte mir da auch eine größere Versachlichung der ganzen Anlagelegenheit gewünscht. Die hätte man auch nicht so medial nach vorne treiben müssen. Es ist ärgerlich und es ist ein Graus, dass wir uns da immer wieder im Kreise drehen. Ja. Kommen wir von der einen Seuche zur nächsten Seuche. Und zwar wurde nominiert von Joe2Go, Dr. Gras und Ali Sassass. Uli H., der ganz klar sagt, dass... Ich habe schon gedacht, der Joe2Go hat Dr. Gras nur mehr, da muss ich kurz überlegen. Dass Uli H., der sagt, dass das Torverhältnis in der Tabelle keinerlei Bedeutung hat. Geiler Typ auf jeden Fall. Das war auch ein Legendeninterview. Das war ein Legendeninterview. Wie selbstherrlich, der da völligen Bullshit und von oben herab erklärt hat. Was wollen Sie denn? Wie sind Sie noch Zweiter? Nein, Sie sind Dritter. Nein, ist mir noch egal. Das ist großartig. Was ist denn los mit dem, Alter? Ich glaube wirklich, dem sind alle Sicherungen durchgebrochen. Nein, also das Einzige, was mir noch einfällt, ist tatsächlich das, was er damals Daumen vorgeworfen hat. Dass er das irgendwie auch für sich entdeckt hat. Ja. Das kann doch echt gut sein. Das muss doch sein. Irgendwas muss ja da sein. A-Analyse kriegst du da ja nicht mehr hin. Aber so sich da hinzustellen, der ist so erfahren, dieser Mann. Und das muss man ja auch mal dazu sagen. Wir reden hier nicht über irgendeinen Juppie, der neu in den Fußball ist und sich erst irgendwie seine Hörner abstoßen muss und mal gucken muss, wo die Grenzen sind. Der Typ hat alles gesehen. Aber irgendwie scheint er es nicht verstanden zu haben. Es ist so krass. Ich meine, es ist wirklich jemand, der so viel Wissen ja logischerweise auch mitbringt, weil er so viel schon gesehen hat, so viel Erfahrung gemacht hat. Aber der sich jetzt einfach da hinstellt und dann total abverlegt, wollen sie mir das jetzt ernsthaft verkaufen, Torte Frenz und so weiter und so fort. Also da denke ich mir, das müsstest du doch besser wissen. Aber dann mit dieser Überheblichkeit so dermaßen zu kokettieren, das ist in der Tat irgendwo auch eine Leistung. Aber es ist auf jeden Fall sehr befremdlich. Ja, das definitiv. Auch was die jetzt für einen Uffriss gemacht haben. Ganz ehrlich, wir haben es ja auch schon ein bisschen besprochen bei 390, auch bei Fußball 2000, wo es ja sehr, sehr gut persifiziert. Diese Pressekonferenz, ich kann das immer noch nicht fassen, was da geredet wurde. Also als eine Journalist die Frage stellt, ja, sie fordern jetzt hier mehr Respekt in der öffentlichen Berichterstattung, darf man erwarten, dass sie, die auch immer bla bla hier geisteskrank gesagt haben und Özil angegriffen haben, dass sie auch sich jetzt zurücknehmen. Hört euch das nochmal an, hört euch bitte die Antwort auf diese Frage nochmal an. Der antwortet einfach nicht. Ich glaube, wenn ich der Journalist gewesen wäre, der das gefragt hätte und der würde so mir antworten, ich hätte für nicht viel garantieren können, glaube ich. Also das habe ich mir, letztens ist mir das irgendwann nochmal über den Weg gelaufen, weil das völlig unterm Tisch gefallen ist, als wirklich eine gute Frage gestellt wird, zu sagen, okay, hier wird Artikel 1 des Grundgesetzes zitiert, hier wird gesagt, man muss wieder mehr Respekt haben, und man muss Unterlassungsklagen gegen falsche Berichte über Tolisso und diese Sancho-Nummer geben. Und der fragt ja, aber halten sie sich dann auch zurück, weil sie ja auch solche Dinge tun, unter anderem drei Minuten vorher über Hurra Bonat und die Antworten einfach nicht. Boah, da wäre ich wahnsinnig geworden. Na ja, Grüße bitte, Uli und Kalle und Braco. Machen wir weiter. Wir haben eine Nominierung von Ed Dave Den bekommen, und zwar nominiert er die DFL, die mal wieder auf ihrem englischsprachigen Twitter-Account der Meinung waren, sie müssten wieder eins dieser lustigen englischsprachigen Cartoon-Videos verteilen, wir erinnern uns alle. Ich habe mittlerweile herausgefunden, die kommen nicht original von der DFL, sondern es gibt da in der Tat einen Twitter-Account, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als so lustige Comic-Videos, Cartoon-Videos dazu, rund um Fußball zu posten. Ist ja okay, können die Leute machen, aber ganz ehrlich, muss ich als Verband sowas dann da irgendwie verteilen? Ich finde es ein bisschen absurd. Also da meint man auch wieder lustiger zu sein, als man tatsächlich ist. So, dann haben wir noch eine größere Nominierung, und die kommt von Ed Milkschef, Chief, Entschuldigung, nicht Chef, Chief, Ed van Jilip, dem Superbet 1908 BVB, Jok-Bujak. Und zwar wird nominiert Bernd Leno, der sich natürlich auch wunderbar darüber beschwert hat, wie blöd wir doch hier in Deutschland sind und dass es endlich mehr Investoren in der Bundesliga geben muss und dass er nicht verstehen kann, wie man doch mit dem armen Herrn Hopp umgeht. Da frage ich mich, wie ist der Background, quasi ihn dazu befähigen, überhaupt dazu Stellung zu nehmen? Naja, er ist ja jetzt irgendwie seit fünf Spieltagen in England und kann das natürlich alles vollständig durchblicken und einordnen und kann natürlich aus dieser Position heraus sehr einfach Kritik üben. Aber warum? Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es wirklich nicht. Ich würde im Leben nicht auf die Idee kommen, Bernd Leno danach zu fragen. Und wenn ich Bernd Leno wäre, wäre das das letzte Thema, das mich gerade interessieren würde. Ich weiß nicht, ob er gefragt worden ist oder ob er das einfach... Aber beide Szenarien kann ich mir irgendwie nicht erklären. Nee, ich auch nicht. Keine Grüße. Nach London. Ich finde es auch befremdlich. Ich weiß nicht. Aber immer mehr war Leno auch schon, ehrlich gesagt, immer so spekt. Ich bin eh kein großer Leno-Freund. Die Fronten verhärten sich. Teamtesting. Das hast du schon gesagt. So, und die letzte Nominierung, die wir von einem Hörer oder Hörerin bekommen haben, und zwar von Ed Sounds to Move. Und da hat es mich gewundert, dass es da nicht mehr Nominierungen gab. Und zwar unser Freund Heribert Bruchhagen, der sich auch nochmal meinte, zu all diesen Pyro-Dingern, zu äußern und so ein bisschen auf die Spitze getrieben war die Aussage, wer Pyro zündet, der hat den Fußball nie geliebt. Ich weiß nicht. Leider liebt Heribert Bruchhagen Führungspositionen zu viel. Sonst wäre er nämlich mal ein bisschen früher abgetreten. Wäre vielleicht nicht so schlecht gewesen. Ansonsten kann ich nur sagen, dass ich sowieso das Gefühl habe, dass er den Zenit bei einigen Diskussionen überschritten hat. Und, ja, das ist mir auch bei seinem Bashing aufgefallen, was er meinen Kollegen, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Online-Jungos. Jungos. Online-Jungos. Online-Jungos. Das habe ich in der Tat nicht mitbekommen. Das war so geil, dass bei dem Leichen hat er gesagt, ja, ja, sie als Journalist, ja, ich weiß ja, was ihre Kollegen die Online-Jungos von HR Online so machen. Und das finde ich total geil, weil es halt original schon vier, fünf Jahre her ist, dass die Seite, die er meint, HR Online hieß, ja. Aber in dieser Zeit, in der er sogar noch hier aktiv war, hat er es nicht geistig auf die Reihe bekommen, mitzubekommen, dass es schon lange nicht mehr so ist. Aber ist interessant auf jeden Fall. Ich glaube, ich glaube, Heribert Bruchhagen macht es sich mittlerweile gemütlich in seinem Schoß in Gütersloh. Vielleicht verwaltet er da doch ein Stück besser, als zu aktuellen Diskussionen Stellung zu beziehen. Ja, wahrscheinlich. Habt ihr noch Nominierte? Nö. Nee, ich finde, wir haben eine geile Auswahl. Doch, ich nominiere Ralf Reignick. Du musst da einen drauflegen, oder? Natürlich. Okay. Also diese Aussage mit diesen Nationalspielen, habt ihr das mitbekommen? Hau raus. Also ich weiß den Wortlaut nicht mehr, aber er leitet die ganze Nummer ein, also, nee, oder er fängt an, dass er es nicht versteht. Mit den Nationalspielern? Das Halstenberg-Klostermann, glaube ich, und Demme, dass die überhaupt keine Rolle in der Nationalmannschaft spielen, das versteht er nicht. Und das bla bla bla. Und am Ende den Satz damit abzuschließen, ja, aber ich bin der Letzte oder ich bin nicht so einer, der solche Dinge in der Öffentlichkeit fordern würde. Das sind wieder solche Sachen. Was soll denn das mittlerweile? Ich weiß nicht. Was soll denn das mittlerweile? Das ist so ein Phänomen. Ich weiß es nicht. Das ist so, das ist wieder, wie wenn ich zu jemandem sage, ich bin nicht sauer, nur um das 30 Mal zu betonen. Und der Typ weiß genau, ich bin sauer, weil ich die ganze Zeit 30 Mal betone. Ja. Dann tritt mir einer auf den Fuß und sagt, ey, sorry, und sage ich, nee, ist kein Problem. Ist kein Problem hier. Bist du mir auf den Fuß getreten, das wirst du nicht extra gemacht haben. Es tut natürlich jetzt ein bisschen weh, ich kann jetzt nicht laufen, aber hier, mach du dir keine Gedanken. Ich werde mit meinem Fuß, oh, jetzt wird es hier ganz schön dick, der Fuß hier. Hier, aber mach du dir keine Gedanken, dann rufe ich ihn nachts noch an. Hier, der Fuß ist übrigens immer noch dick, aber hier, mach dir keine Gedanken, ich bin nicht sauer. Und du denkst, was ist denn das für einer? So ist der. Ich kann mir das jetzt gerade so gut vorstellen, wenn wir den irgendwie nachspielen. Mach dir keine Gedanken, mein Fuß. Der muss vielleicht amputiert werden, aber das hast du ja nicht extra gemacht. Lebt du dein Leben, wir kennen uns nicht, aber hin, naja, mein Fuß hier, ich muss gerade mal den Hörer nebenhin hinlegen, mein Fuß hier, ein Verband muss gewechselt werden. So, so redet der, was ist denn los heutzutage? Sag doch, was ihr wollt, dann soll er doch sagen, dass er will, dass sie in der Nationalmannschaft spielen. Sich nicht danach wieder relativieren. Der soll einfach die Wahrheit sagen, dann kann ich ihn wenigstens nicht mehr so hassen. Was ist denn los mit dem? Diese ständige Relativierung, dann sag doch, ja, bei uns sind keine Zuschauer. So, was soll ich denn da machen, wenn er mir das sagt? Das ist doch die erste Lektion 1 im Battle Rap. Wenn du deinem Gegenüber einfach das, was er dir vorwerfen will, selber sagst, dann kann der andere gar nichts mehr machen. Wenn Rarlings sagt, ja gut, wir haben momentan ein Problem, unser Scheinern auszuverkaufen. So, aber was macht er? Ja, er sucht 80 Gründe, ja, wir haben Familien, die Leute können sich das nicht leisten. Da würde ich, aber ich bewundere jeden Journalisten, der mit Ralf Frank zu tun hat. Wenn ich dir eine Frage stellen würde und sagen würde, ja, bla bla hier, warum sind hier nur zwölf Zuschauer? Der würde mir dann erzählen, ja, dass die Familien sich das nicht leisten könnten. Ich würde aber gleichzeitig wissen, dass es in Leipzig so viele Freikarten gibt. Da würde ich ausflippen. Ich bewundere das, dass Sportjournalisten mit solchen Leuten umgehen können. Grüße. Ich habe immer noch Schwierigkeiten damit, mir Ralf Rangnick beim Battle Rap vorzustellen, aber ich kann deine Nominierung trotzdem komplett nachvollziehen. Also ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass wir vielleicht nicht mehr Badesalz, aber auf jeden Fall Basti-Salz brauchen. Wenn du das eben sehr, sehr gut dargestellt hast, in meinem Kopf sah es genauso aus wie die besten Comedy-Skits von Badesalz. Also sehr, sehr gut, Basti. Wow. Dies, das, Basti-Salz. Wow, der war schlecht. Der war schlecht. Ich weiß es mir aber auch, dass ich mir einen aufgefahren bin. Wenn ich den Titel überdenken will, wenn du mal... Ach du Scheiße. Hui, jörg. Da bleibe ich lieber bei Maritz, dies, das Ananas. Ja, ja. Meine Güte. Na gut, auf jeden Fall eine gute Nominierung, kommen wir zum nächsten Mal. Haben wir nicht auch sowas wie Gute Tat der Woche? Gibt es da keinen Einspieler für? Da gibt es einen Einspieler, natürlich. Die Gute Tat der Woche. Geben wir alles, zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Wir sind anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander Respekt veröffentlichen müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. Ich finde diesen Jingle immer noch großartig. Vielen Dank nochmal, Rufen. Liebe Grüße. Auf jeden Fall mega geil. Mega geil. Ich will so ein Messer haben, was er da bei Facebook immer postet. Ja, stimmt, das ist auch, ja, ja, auf jeden Fall, aber auch ein Gedanke. Also kannst du einiges mit anfangen, auf jeden Fall. Da kommen wir jetzt wieder hin. Da können wir noch einige Sachen regeln damit. So, ich weiß nicht, ob wir uns da einig sind, aber wir haben zumindest eine gute Tat der Woche stehen. Vielleicht haben wir auch noch mehrere. Und zwar dieses wunderbare Interview, was Danny Da Costa nach dem Spiel gegeben hat. Wie er sich da hinstellt und sagt von wegen, ja, komm her, Fragen stelle ich mir selbst. Selbstantworten gebe ich auch. Es war so großartig. Und ich fand noch mindestens genauso großartig die Parodie, die Ed Verwürfler, ich komme jetzt gar nicht auf den richtigen Namen. Marvin, hilf mir. Oli Meier meint es. Oli Meier. Dann danach gemacht hat, die ist auch mindestens genauso großartig. Also das im Zusammenspiel, ich habe sowas von gelacht, stundenlang, es war einfach nur herrlich. Die beiden harmonieren richtig gut und leider, leider gibt es noch, es gibt noch einen dritten Teil oder einen zweiten Teil im Grunde. Aber der kann leider nicht gezeigt werden, weil der in der Mixzone war. Der war, glaube ich, direkt während dem Spiel oder direkt nach dem Spiel ging das. Aber so Online-Rechte sind halt so schwieriger in der Bundesliga, als man denken mag. Und deswegen ist der nicht online verfügbar, was saubitter ist, weil da wird es nochmal aufgenommen und auch nochmal passifiziert. Das ist mindestens genauso gut. Sehr, sehr ärgerlich, dass das irgendwie nicht so frei verfügbar ist. Vielleicht klemme ich mich dann nochmal irgendwann dahinter. Aber die beiden haben auf jeden Fall eine ganz gute Chemie, muss man sagen. Ja, das definitiv. Ich bin auch erst im Nachhinein, ich glaube, das hatte die Zambrine auf Twitter gepostet, und dieses Video, was die, was im Trainingslager, glaube ich, gemacht haben, hier zum Fußballgolf. Ja. Großartig. Ich habe es zweimal geguckt und habe Lachen am Boden gelegen. Es ist einfach nur herrlich. Also, die beiden könnten auch so eine regelmäßige Online-Repo-Sendung oder Teil irgendwie bei Fußballgolf. Ananas, die ist das Ananas. Die ist das Ananas bekommen. Zambrine, Grüße bitte, bis Samstag. Ja, Grüße. Ja, also auf jeden Fall richtig coole Sache. Grüße auch an Mona und Caro. Ich bin jetzt hier der Grüßbär, sorry. Ich hoffe, dass es da irgendwie noch mal ein paar weitere Runden gibt. Ich meine, Danny Acosta muss vielleicht nicht alle regelmäßig total im Fernsehen auftreten, beziehungsweise vielleicht wird da immer was mit der Nationalmannschaft drauf. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung aktuell, wenn der so weitermacht. Aber ansonsten super, super schöne Sachen. Habt ihr noch was? Sehr, sehr großartig. Das waren meine zwei mehr oder weniger Highlights in dem Zusammenhang. Basti, was hast du noch was? Du hast mich kurz überlegen, leider nein. Ich habe eine Aktion, die am 26.11. starten. Da will ich euch schon ein wenig sensibilisieren dafür. Und zwar, das Frankfurter Kinderbüro hat wieder die Weihnachtsaktion. Und zwar in verschiedenen Frankfurter Einkaufsläden, manchmal zum Beispiel im Kaufhof oder im Karstadt oder so. Da hängt immer so ein kleiner Weihnachtsbaum, dann immer in der Kinderbereich, im Kinderspielzeugbereich und so weiter und so fort. Da kann man hingehen. An dem Weihnachtsbaum hängen dann so kleine Zettelchen von den Kindern. Was weiß ich, irgendwann war es mal ein Justin, der sich irgendwie ein kleines Rennauto gewünscht hat. Solche Sachen. Das steht dann da und dann nimmt man den Zettel mit und guckt dann, ob man ein schönes Rennauto findet und kauft es dann und gibt es dann dementsprechend wieder ab. Und der kleine Justin, der sich das gewünscht hat, der bekommt es dann pünktlich vor Weihnachten. Alles vom Frankfurter Kinderbüro gemacht. Im letzten Jahr waren es insgesamt 4.800 Kinder, die so beschenkt werden konnten. Und der Betrag liegt immer so zwischen 20 und 25 Euro. Ich finde einfach, keine Ahnung, wenn man sich vielleicht ein, zwei Sachen weniger selber schenkt oder vielleicht mal zwei Bierchen weniger trinkt. Ja, im Stadion brauchen wir ja nur zwei, drei Bierchen weniger trinken, dann hat der Betrag schon fast raus. Also, da könnte man mal machen. Ich finde, das ist immer eine feine Angelegenheit. Es gibt genug bedürftige Kinder. Und ich glaube, wenn du in der Frankfurter Innenstadt unterwegs bist, es gibt es auch ein Bornheim und du brauchst gar nicht weit fahren. Und ich glaube, im Gattus gibt es auch eine Möglichkeit. Es gibt auf jeden Fall den Weg, irgendwie mal vorbeizuschauen und das einfach mal zu machen. Ich glaube, da kann man nicht nur sich selbst eine Freude machen, aber ich bin ein guter Dinge, denn ich denke auch immer, anderen Leuten was zu schenken, ist ja genauso spaßig, wie selber Geschenke zu erhalten. Genau, da gebe ich dir vorgekommen. Du sagst ab dem 26. Ab dem 26.11. bis 17.12. Das ist eure Möglichkeit, für ein paar Wochen ein Kinderlächeln in die Herzen der Kinder zu zaubern. Das hört sich blöd an, aber ihr wisst, was ich meine. Wir wissen sehr genau, was du meinst. Also, wenn ihr das seht ab dem 26.11., dann denkt dran und dann geht doch nochmal hin und guckt, was da hängt und macht einem Frankfurter Kind eine Freude. Genau. Könnt ihr natürlich auch in anderen Städten machen, wenn ihr in anderen Städten... Genau, wenn es da gleiche Aktionen gibt. Wir kennen jetzt die, deswegen erwähnen wir die hier. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch in anderen Städten andere ähnliche Aktionen gibt und sowas, finde ich, ist generell immer etwas, was man tun sollte. Genau. Sehr, sehr schön. Ja, und dann kommen wir von der guten Tat der Woche zu den Empfehlungen. Und ich habe da allein schon fünf Sachen stehen. Also, das dauert jetzt wahrscheinlich nochmal. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um mindestens 15 Minuten, meine Damen und Herren. Oha! Äh, ja. Seit diesem Jahr ist das erste Mal in Deutschland im Handel mit auch hier deutschen Lizenzen, also mit Bundesliga-Mannschaften, Kader etc. vorhanden. Gibt es für den PC und auch für, ich glaube, Android und iOS. Ich habe die Mobile-Version mir mal geklickt für 10 Euro und ist echt so ein Fußballmanager, den man mal wieder spielen kann. Ist auf dem Smartphone so ein bisschen die abgespeckte Variante. In der PC-Version hast du ja da sämtliche Taktikeinstellungen. Allein bist du irgendwie mal Startaufstellung und Taktik. Da hast du schon irgendwie drei Wochen rumgefühlt. Also, wer so richtig Bock hat auf so einen Fußballmanager, wo man eben nicht nur irgendwie die Farbe der Bratwurst, sondern mal so richtig in die Taktikthematik da einsteigen kann, für den könnte das durchaus was sein. Tatsächlich bin ich gerade auch durch deine Empfindung darauf gekommen, weil vor diesem echten Footballmanager habe ich ein bisschen Angst. Weil wir haben ja letztes Mal in der letzten Sendung schon das Thema gehabt, ich komme ja nicht mal mehr hier zum Red Dead Redemption oder Pro Evolution zocken. Und das ist ein sehr, gut, Red Dead Redemption nicht, aber Pro Evolution ist ja ein simples Spiel. Du machst an, zockst bis hier rum, schießt bei Spieler. Aber diese Manager hat man ja früher als Heranwachsender, sag ich mal, die hat man ja verschlungen, nächtelang. Und dann hast du da hingehauen. Wenn man irgendwie das ganze Wochenende da gesessen hat, hat sich dann irgendwie geguckt, warum man immer noch irgendwie die Sachen von Freitag an hatte. Genau, so, und da fand ich ein bisschen Angst. Aber geil, dass du sagst, dass es das auch fürs Handy gibt. Genau. Das ist ja was, das kann ich dann auch mal in der Bahn zocken und so weiter. Genau, du musst gucken. Es gibt, zumindest im iOS-Store gibt es zwei Varianten. Es gibt quasi das Gleiche, wie du für den PC hast, mit alledem. Und es gibt eine, die heißt Mobile. Und da steht auch in der Beschreibung explizit drin, dass das die abgespeckte Version ist. Da haben sie so ein paar sehr komplizierte Dinger weggelassen. Also da kannst du wirklich mal bequem in einer halben Stunde so drei, vier Spieltage hintereinander durchmachen. Das läuft ganz gut, kostet, glaube ich, irgendwie ein Zehner. Das, fand ich, ist noch so ein Preis. Den kann man durchaus mal investieren, wenn man davon drauf hat. FM19 Mobile. Ja, müsste der sein für zehn Euro. Kaufe ich mir jetzt doch gerade. Geil. Genau. Zum Zahlen zweimal drücken. Face ID. Zack. Zack. So, dann mache ich mal weiter. Wer, mögt ihr Podcasts? Mögt ihr die Matrix? Dann habe ich eine wunderbare Empfehlung für euch. Und zwar gibt es seit, ich glaube, zwei Wochen einen neuen Podcast. Und der heißt Minutenweise Matrix. Ich weiß nicht, ob ihr das Thema kennt. Das gibt es in den USA schon. Das quasi pro Podcast-Folge wird eine Minute eines Films besprochen. In dem Fall machen das drei Herrschaften hier aus Deutschland. Und die besprechen pro Folge immer eine Minute der Matrix. Ich glaube, die haben die amerikanische Originalfassung genommen mit irgendwie 113 Minuten. Also es wird 113 Folgen geben, in der jeweils eine Minute Matrix besprochen wird. Wie lange dauert so eine Folge? Zwischen 15 und 25 Minuten. Krass. Das ist eine gute Idee für 93, Alter. Ich habe bislang die ersten fünf Folgen gehört und es ist echt lustig. Das ist eine super Idee für 93. Wir nehmen Fußballspiele. Historische Fußballspiele. Historische Fußballspiele besprechen immer nur eine Minute davon. Ja, es könnte auch spannend werden. Könnte auch spannend werden. Genau, nächste Podcast-Empfehlung. Natürlich die aktuelle Folge zu den Football-Leaks vom Rasenfunk. Oh ja. Das wollt ihr ja auf jeden Fall hören. Und wie wir gerade eben ja gelernt haben, Geld und Commerz bestimmt die Welt. Das empfehle. Deswegen empfehle ich, es kommt demnächst der Amazon Cyber Monday. Bitte nutzt doch unseren Affiliate-Link. Haha. Haha, ja, ja, ja. Wann ist der? Nächste Woche, glaube ich. Nächste oder übernächste Woche? Ja, glaube nächste Woche. Ich meine nächste Woche. Genau. Also wer da einkauft über unseren Affiliate-Link, ihr zahlt nicht mehr, aber wir kriegen 2, 3, 4, 5 Cent. Und wenn wir schon bei Podcasts sind, das waren wir eben, da will ich auch noch was empfehlen. Und zwar ganz kurz, es gibt eine neue Ausgabe vom Ringfuchs. Übrigens fahren Basti und ich ja zu WrestleMania. Yeah. Erstmal noch zusammen, richtig Bock und der Maggi. Also es wird richtig geil. Und jetzt gibt es eine neue Ringfuchs-Ausgabe. Und zwar thematisieren wir das Gerücht, was mittlerweile fast mehr ist als ein Gerücht. NXT Germany könnte ein NXT, also das ist die Unterliga der WWE, in Deutschland funktionieren. Momentan gibt es ja so einige Anzeichen, die dafür sprechen, dass es im Jahr 2019 in irgendeiner Form passieren kann. Es gab zuletzt in Köln gab es Tryouts mit einigen bekannten Wrestlern, einigen anderen Sportlern, die nicht aus dem Wrestling kommen oder kamen und dort sich der WWE vorgestellt haben. Triple H, der Talent, ja, der Chef des Talents, also der Wrestler hat sich dort sehr begeistert gezeigt, ob der Möglichkeiten und es sieht alles so aus, als würde sich da was tun. Wir besprechen im Ringfuchs, ob das sinnvoll wäre, welche Wrestler in Frage kämen, in welche Brücken es da zu bauen gäbe. Ich spreche hier die Sprache, die mögliche sprachliche Barriere an und welche Alternativen es noch gäbe. Also wir haben da, glaube ich, 45 Minuten ausgiebig mal drüber sinniert. Und ich glaube, da ist eine sehr, sehr runde Folge rausgekommen. Und ich kann sie euch nur ans Herz legen. Das ist sehr interessant. Was würde das für die WXW bedeuten? Das ist zum Beispiel eine Frage, die wir uns da natürlich auch stellen. Aber ich könnte die jetzt natürlich mal ansatzweise beantworten. Ich würde denken, dass die WXW, also das ist einer der führenden Wrestling-Ligen in Deutschland, für all die, die jetzt noch nicht so oft bei uns, bei unserer Wrestling, Eintracht-Podcast-Wrestling-Ausgabe mitgehalten haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass es so läuft, dass die WXW sogar teilweise das mitorganisieren würde. Okay, also quasi mit da drin aufgeht. Ja, also nicht komplett aufgeht. Nein, ich glaube, das würde weiterhin eine eigenständige Liga bleiben. Aber wie das zum Beispiel bei Progress in UK ist, wo einige dieser Leute, die diese Liga gegründet haben und auch regelmäßig veranstalten, aber auch die NXT-UK-Shows mitmachen im Hintergrund. Das heißt, die für die Kontakte sorgen, für den Aufbau, dass der Ring von denen gestellt wird und gleichzeitig gibt es eine finanzielle Unterstützung von der WWE. So in etwa kann ich mir das vorstellen. Wahrscheinlich noch mit ein bisschen personeller Unterstützung. Natürlich ist es in Deutschland ja gerade relativ eng bemessen vom menschlichen Aufwand. Du hast nicht so viel Geld, um unglaublich viele Leute zu bezahlen. Sowas würde dann kompensiert werden. Davon gehe ich aktuell aus. Dass es aber schon noch unterschiedliche Ligen gibt, die weiter bestehen. aber halt eine Liga zum Beispiel oder zwei Ligen, die es für die WWE dann machen, um dieses NXT-Programm zu installieren. Okay. Spannend. Okay. Krass. Kann man sich da eigentlich auch als Manager bewerben? Wrestling kann ich nicht, aber ich will mich da vorstellen. Du bist der allergeilste Manager. Ich hätte Bock. Vielleicht, ich will noch nichts sagen, aber vielleicht lässt sich da was machen. Wir können das ja mal forcieren. Ich will der Deutsche Paul Heyman werden, Alter. Du brauchst, Deutschland braucht keinen Paul Heyman, Deutschland braucht einen Bustierett. Ja, das ist doch ein Sendungssiedel, Alter, René. Ja, hast du das gehört? Wir haben hier schon Maul und Glauben. Deutschland braucht keinen Paul Heyman. Sehr schön. Ich glaube, da geht was. Da geht was. Wenn du mit deiner Pornobrille, die du letztens im Bahnhofsviertel anhattest, wenn du da rumwandelst, da geht schon einiges. Und meinen Jogginger-Zug ziehe ich auch gerne. Der war auch großartig. Der hat auch zu vielen Fragen geführt. Wer richtig aufgepasst hat, hat festgestellt, dass ich erst vier Dinge erwähnt hatte. Ich hatte aber fünf angekündigt. Ich komme natürlich nicht drum rum, den wunderbaren Text zu empfehlen, den der Axel geschrieben hat, zu seiner Sky-Kündigung. Ja, super. Der war echt sowas von großartig. Also wer den noch nicht gelesen hat, ich will euch jetzt nicht spoilern, ich hau den Link hier mit in die Shownotes. Lest den euch durch. Er ist was länger, aber es ist echt jede Silbe davon lohnenswert. Echt. Der geht auch voll viral. Das ist interessant. Ich weiß nicht, wie die Abruf zahlen. Das müssen wir mal fragen. Aber den habe ich selbst von Leuten geschickt bekommen, die jetzt nicht so in dieser inneren Fußball-Twitter-Blase rumhängen, sondern die eigentlich von einem ganz anderen Bereich kommen. Und die haben mir dann irgendwie über zwei Ecken einfach mal so einen Link da geschickt. Da habe ich gedacht, okay, krass. Also, wow, läuft. Also, ist aber ein kleiner Text. Ist echt großartig geschrieben. Man kann viel unterschreiben, wenn man es so liest. Ja, das definitiv. Da kann man leider sehr viel von unterschreiben. Genau. Na gut. Ja. Basti, hast du noch was? No. Fußball 2000 natürlich. Ja, genau. Sei du der Elftausendste, der zuguckt. Wer hat das Date mit dem Hope Master gewonnen? Ich glaube, die Tanja Rösner, oder? Tanja Rösner hat gewonnen, oder? Grüße auf jeden Fall. Das werden wir live begleiten. Ja, genau. Du wieder auf deinem iPad. Ich bin wieder locker. Basti ist nächste Woche wieder dabei. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir es für diese Woche. Ähm, geschafft. Dem geneigten Hörer oder der geneigten Hörerin wird aufgefallen sein, dass wir natürlich jetzt noch nicht die kommenden Spiele oder das kommende Spiel besprochen haben. Das heben wir uns selbstverfreilich für die nächste Woche auf. Ähm, wir können schon mal ankündigen, es wird wieder leichte Verzögerung im Raumzeit-Sende-Kontinuum geben. Wir werden nicht am Dienstag aufnehmen, sondern am Mittwoch aller Voraussicht nach. Natürlich wieder mit Live-Strömung und allem drum und dran. Und die Folge geht dann hoffentlich am Donnerstag online. Dann habt ihr auf jeden Fall noch genug Zeit bis zum Spiel. Bis dahin wünschen wir euch erstmal eine schöne Restwoche, eine schöne, äh, Länderspielpause. Nutzt die für was auch immer. Und wenn es sein muss, guckt, auch die Nationalmannschaft empfehlen können wir es nicht. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß und melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Hey, 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 es geht an am Anfang, hey, 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 es geht an am Anfang. Hey, 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 es geht an am Anfang, hey, 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 es geht an am Anfang. Bis dahin, macht's gut. Hey, 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 hey Untertitelung des ZDF, 2020